Mein Name und Herr, mein Name ist Michael Krogmann, ich bin Inspirateur verschiedenster Personen, eine davon ist Hertz Princess, eine Zuschauerin aus unserem Kreis, sie ist eine von uns, sie kommt in den Stream, hat eine Ausstrahlung, nimmt alle mit, das ist fantastisch und sie ist Schriftstellerin tatsächlich, sie hat ein Buch verfasst, das den Titel trägt, Aushilfskommissar Krogi, schaut es euch an. Es ist wirklich nur krass, es ist wirklich nur krass, hat sie wirklich geschrieben 500, ich muss wieder nachgucken, 574 Seiten, 75 Seiten, echte Gefühle aus der Community für mich und ich hab ultra Bock dieses Buch vorzulesen. Ähm, sie sagt selber, sie hätte das als, sie hätte irgendwie meine Eichhörnchen-Fütterung als Inspiration genommen und ich bin natürlich hin und weg, weil ich das überhaupt nicht checke, wie jemand so lange an etwas arbeiten kann und dann auch für sowas, äh, weißt du, mit Stream-Inspiration, checke ich nicht, aber bin einfach nur demütig und dankbar. Herzprinzess, tausend Dank, dass du das gemacht hast und jetzt sind wir natürlich neugierig und ich hab noch keine Seite gelesen, noch keine einzige, weil ich das einfach mit euch teilen wollte und deswegen gibt's jetzt hier so was wie eine Lesung. Ich hab das noch nie gemacht, ich werde mich hundertmal verlesen, das ist aber wirklich alles egal und ich werde das Buch natürlich, ich werde diese Lesung natürlich bei YouTube hochstellen, weil wir werden heute, weiß ich nicht, zwei Stunden schaffen, äh, wenn ich überhaupt so lange durchlesen kann. Und dann, ähm, ja, dann lesen wir peu a peu weiter, aber schon mal geil, dass ihr da seid. Chat ist gut drauf, es gab hier schon ein bisschen Support, vielen, vielen Dank und, ähm, ja, geile, geile Aktion. Hört's, Prinzess, ich bin gespannt, es, äh, Artwork ist schon nice, äh, zieht's euch nochmal rein, es sieht einfach wunderschön aus. Aushilfskommissar Krogi und der Raub des Nicensteins. Einfach nur nice. Ähm, Hinweis, Achtung, beim vorliegenden Werk handelt es sich um sogenannte Fertigungen. Fanfiction. Auch wenn sie auf tatsächliche Ereignisse Bezug nimmt, ist die gesamte Handlung frei erfunden. Schauplätze und Figuren, die auf realen Orten und Personen basieren, werden in künstlerischer Freiheit passend zur Geschichte umgestaltet. Ein Wahrheitsgehalt ist ausdrücklich nicht gegeben. Das Nicht ist unterstrichen, ähm, damit man merkt, sie lügt nicht. Alle Personen stehen in keiner Verbindung zum Werk und oder zu Autoren und gehören ausschließlich sich selbst. Covergestaltung Ramona Treffers. Geil. Für alle Eichhörnchen und Eichhörnchenfreunde aus Hamburg, Deutschland und der ganzen Welt. Darunter ist ein Herzchen abgedruckt, finde ich super, super cute. Ähm, die Elster lässt das Mausen nicht. Ein deutsches Sprichwort, das macht sie so zur Einstimmung. Ähm, Writers are magpies. We collect details about people and use them for fictional characters. Caroline Levitt, New York Times, Bestseller-Autorin. Okay. Ah, ha, 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 ha. Geil. Jetzt geht's los. Prolog. Macht man das so? Seid ihr schon, seid ihr in der Tain-Chat? Habt ihr schon Bock auf dieses Buch? Ich werde ein bisschen leiser reden und versuchen in eine Erzählstimme zu kommen. Ich weiß nicht genau, wie man es macht, aber es ist egal. Seid einfach dabei. Haltet euch die Hände. Es geht nämlich los mit dem Prolog und das erste Wort heißt Nachts. Er bewegte sich zügig durchs Dunkel, ohne zu rennen, gerade so schnell, dass er nicht auffallen würde. Nicht, dass davon auszugehen war, dass sich noch besonders viele Menschen im Park aufhielten, die ihn sehen und sich vor allem später genauer an ihn erinnern könnten, aber trotzdem. Safety first. Noch mehr Komplikationen waren das Letzte, was er brauchte. Daher beeilte er sich auch lieber, an den Laternen vorbeizukommen, von denen es verdammt viele im Park gab, wie ihm jetzt zum ersten Mal auffiel, und hielt den Kopf trotz Kapuze angestrengt gesenkt, wann immer der orange-warme Lichtschein über ihn hinweg glitt. Sollte doch irgendwo im Dunkeln ein Obdachloser auf einer Bank schlafen und von seinen Schrittgeräuschen aufgeschreckt werden, oder noch einer dieser unermüdlichen Jogger die letzte Laufrunde des Tages drehen, so würden sie lediglich jemanden sehen, der die Hände in den Taschen seines Pullovers versenkt, die Schultern hochgezogen, die Schritte stur geradeaus, es offenbar eilig hatte, die nächtliche Grünanlage hinter sich zu lassen. Und ganz falsch war das nicht mal. Er hatte sich tatsächlich schon weit, weit wohler gefühlt. Sein Herzschlag wummerte ihm viel heftiger in den Ohren als für seinen besten Fall als strammen Spazierschritt zu bezeichnendes Tempo angemessen. Und die Handschuhe spannten mittlerweile unangenehm klamm um seine schwitzigen Finger, während sein Blick unablässig von links und nach rechts und zurück glitt, die Umgebung auf jede noch so kleine Regung in der Dunkelheit absuchte. Doch nicht etwa, weil die schon vor Stunden untergegangene Sonne seine Fantasie befeuerte und ihn wieder wie ein Kind an Gespenster und Monster glauben ließ, oder weil er befürchtete, dass jeden Moment jemand zwischen den Bäumen hervorgesprungen kommen könnte mit einem Klappmesser in der Hand, um ihm Portemonnaie und Handy abzunehmen, sondern vielmehr deswegen, was er selbst in den behandschuhten Fingern hielt, es in der Jackentasche fest umklammerte, damit es ja nicht herausfallen konnte. Ein kleines, hartes Bündel eingeschlagen in ein Tuch. Es war weder besonders groß noch besonders schwer, passte bequem in seine hohle Hand und doch besaß dieses Päckchen das Potenzial, ihn in gewaltige Schwierigkeiten zu bringen, wenn er es verlor und in sogar noch mehr, wenn man ihn erwischte und er es bei sich hatte. Ich denke, wir sprechen hier ganz klar von Drogen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie aufs Stichwort rauschte ein weiterer Polizeiwagen vorbei und ließ ihn sich instinktiv ducken, als für ein paar Sekunden das Blaulicht durch die noch kahlen Baumkronen flackerte. Die Äste aussehen ließ wie knorrige, verdrehte Arme, die allesamt auf ihn zu deuten schienen. Hier ist er, hier, sucht hier, was natürlich ausgemachter Bullshit war und doch konnte er nichts gegen das Zittern tun, das von ihm Besitzer griff und ihn noch mehr zur Eile drängte. Er hatte sich zu viel Zeit gelassen, verdammt. Hatte sich die ganze Zeit mehr darum gesorgt, ja nicht zu früh daran zu sein und jetzt war es viel zu spät. Er musste das Ding loswerden, sofort, bevor alles vorbei war. Nur wo? Suchend sah er sich um, versuchte in der Dunkelheit irgendetwas zu erkennen, während er gleichzeitig die Karte des Parks in seinem Gedächtnis bemühte, in der Hoffnung auf eine spontane Eingebung, wo er sein Bündel verstecken konnte. Es ist eine ganz klare Drogensituation. Chat. Es ist eine ganz klare... Oder? Was sagt ihr? Es ist da wohl eine ganz klare Drogensituation, die hier beschrieben ist. Ganz klassischer Alltag. Suchend sah er sich um, suchte in der Dunkelheit irgendetwas zu erkennen, während er gleichzeitig die Karte des Parks in seinem Gedächtnis bemühte, in der Hoffnung auf eine spontane Eingebung, wo er sein Bündel verstecken konnte. In einem Mülleimer vielleicht? Wahllos gingen er alle Optionen durch, die ihm auf die Schnelle in den Sinn kamen. Oder bei der kleinen Laube ein Stück zurück? In einem der vielen grünen Schnitthaufen, die die Stadtgärtner von ihrem Frühjahrsputz dort aufgetürmt hatten? Nein. Viel zu gefährlich. Wenn ihn durch Zufall jemand beobachten sollte und neugierig genug war, um nachzusehen, was die schattenhafte Gestalt dort deponiert hatte, wäre das Bündel weg und alles umsonst gewesen. Genauso wie wenn die Mitarbeiter der Stadt ihm am nächsten Morgen zuvor kämen und es unabsichtlich zusammen mit dem anderen Abfall einfach entsorgen würden. Und die bereits geschnittenen Sträucher waren viel zu kahl und würden kaum etwas verdecken, als dass er es einfach dort hineinstecken könnte. Nicht mal für einen Tag! Nein, selbst für einen nur kurzen Zeitraum musste es etwas Sicheres sein. Ein Ort, der niemandem direkt ins Auge sprang und den er selbst doch unkompliziert und ohne großes Aufsehen zu erregen wiederfinden würde. Doch so fieberhaft er auch nach einer geeigneten Stelle Ausschau hielt, während er weiter den gewundenen Weg entlang lief, so richtig, wahrscheinlich aufgrund seines stetig steigenden Paniklevels, überzeugte ihn nichts. Unter einer Bank festleben vielleicht? Pah, festleben. Womit denn? Er hatte nicht mehr bei sich, als er am Leibe trug und schon gar kein Klebeband? Ne. Hatte nur das Bündel und einen Haufen Ärger im Gepäck. Er fluchte in sich hinein. Verdammt! So war das alles nicht geplant gewesen. Genau deswegen hat er solche Situationen immer tunlichst vermieden. Er konnte nicht gut unter Druck. Doch dann, gerade als er kurz davor war, es einfach darauf ankommen zu lassen und das Bündel in Ermangelung einer Alternative doch mitzunehmen, da entdeckte er im Schein der nächsten Laternen etwas, das ihn abrupt innehalten ließ. Wenn die Situation nicht so heikel gewesen wäre, hätte er gelacht. Manchmal sah man eben den Wald vor Leuteer Bäumen nicht. Wortwörtlich. Während der Großteil des Parks bewusst gut einsehbar angelegt war, mit breiten Wegen, diesen verdammten vielen Laternen, überall und vielen offenen Flächen, gabelte sich der Weg nicht mal 100 Meter vor ihm in ein nach links und ein nach rechts und dazwischen. Eine Insel. Eine Baumgruppe um Wuchert von dichtem Gestrüpp. Bis hierhin war die Gärtnertruppe der Stadt mit ihrem Frühjahrsputz wohl noch nicht gekommen. Sein Glück. Denn so ergab sich für ihn eine vielversprechende Möglichkeit oder zumindest besser als das, was ihm sonst einfallen mochte und das musste in diesem Moment genügen. Keine Zeit für langes Für und Wider. Nichts wie hin. Die 100, vielleicht auch 150 Meter, die es bis zur Insel waren, fühlten sich an wie 1000 und bei jedem einzelnen Schritt saß ihm mit eiskaltem Klammergriff bereits die Angst im Nacken, dass es sein letzter sein könnte und er gleich jede Sekunde auf einmal von hellem Licht von überall her geblendet würde und ihn jemand aufforderte, stehenbleiben, Polizei. Oder wie ich sagen würde, stehenbleiben, Polizei. Weil sie ihm doch auf die Schlicht gekommen wären, weil ihn doch jemand gesehen hätte. Doch nichts dergleichen geschah. Kein Licht, kein Rufen. Das Einzige, was die Stille des schlafenden Parks durchbrach, war das Knirschen des Kieses unter seinen Schuhen und sein eigener Puls, der ihm irrsinnig laut in den Ohren hämmerte, als er an der Insel ankam und mit einem raschen Kontrollblick die Umgebung sondierte, ob er auch wirklich immer noch alleine war. Er fühlte sich auf einmal so, äh, beobachtet. Doch vermutlich spielte ihm seine Paranoia bloß einen Streich. Da war nichts außer ihm und der Dunkelheit, als er sich umsah und bevor sich daran etwas ändern konnte, huschte er schnell in den Schutz der Bäume. Stieß sich dabei schon nach wenigen Sekunden, nee, Schritten, den Kopf an irgendeinem beschissenen, tiefhängenden Ast, den er in seiner Aufregung zu spät bemerkte. Die Quittung war ein dumpfer Schmerz, der durch seine Schläfe jagte und ihn nach Luft schnappen ließ. Aber er vor Schreck. Der Ast war zum Glück nicht besonders dick gewesen und seine behandschuhten Finger blieben, als er instinktiv seine Stirn betastete, trocken. Keine Platzwunde. Gott sei Dank. Denn weitere Komplikationen konnte er immer noch nicht gebrauchen. Absolut nicht. Es war alles schon vertrackt genug. Deshalb vergeudete er auch keine weitere Sekunde, um das Schicksal bloß nicht weiter herauszufordern, sondern ging in der Deckung der Sträucher gleich an der erstbesten Stelle in die Hocke und begann, Blätter und Erde zur Seite zu wühlen, grub mit raschen Bewegungen ein Loch. Immerhin kam ihm die widerlich nasskalte Witterung der letzten Tage jetzt zugute, denn es ging erstaunlich leicht. Der Boden war ganz weich und leistete kaum Widerstand. Nur wirklich sehen, was er tat, konnte er nicht. Die letzte Laterne stand, erfreulicherweise, eine ganze Ecke entfernt und selbst im Unbelastungsfall glaubten Zustand schluckten die Sträucher um ihn herum das restliche Licht fast vollkommen, sodass die Nacht auf der Insel absolut schwarz war, als hätte jemand sie mit dicken Pinselstrichen über die Stadt gemalt. So konnte er zwar leider nur blind ertasten, wie tief die Kuhle schon war, doch kein Nachteil ohne Vorteil. Denn ihn würde man ganz in schwarz ebenso wenig zwischen den Bäumen kauern sehen können. Trotzdem blieb der tiefsitzende Drang, sich zu beeilen, schneller zu machen, sich bloß nicht zu lange aufzuhalten und dann doch noch alles zu verlieren. Und als wollte das Schicksal ihm denselben Wink geben, veränderte der Boden kurz darauf seine Beschaffenheit. Aha, wurde klumpiger, fester, Steinchen waren auf einmal dabei und es wurde zunehmend schwerer mit dem Graben, selbst als er kurzerhand einen größeren Stein zur Hilfe nahm und damit in die Erde drosch. Ah, das ist schön. Ich kann es mir richtig gut vorstellen, wie dieser Eumel, man weiß ja gar nicht, wer es ist, aber er haut einfach mit dem Stein auf den Boden. Pam, 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 pam. Wie Vollassi Tony damals alles schilderte. Das passiert hier. Sehen konnte er es nicht, aber gefühlt ging es kaum noch weiter. Dafür wurde ihm in seinem dicken Pullover stetig wärmer. Notgedrungen hörte er auf und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn, betastete die Grube, die er hatte und versuchte abzuschätzen, wie tief sie war. Vielleicht 20 Zentimeter, eher weniger. Nicht ideal, aber müsste reichen. Tief genug, um sich wirklich in Sicherheit zu wehren, äh, wähnen, würde er ohne schweres Gerät ohnehin wohl kaum kommen. Weil es, wie die Polizeisirenen ihn gerade eindrücklich erinnert hatten, keine echte Sicherheit gab, es riecht nicht für ihn. So. Er konnte nur versuchen, es durch sein eigenes Handeln nicht noch schlimmer zu machen oder sein Nicht-Handeln. Mit einem Griff in seine Jackentasche holte er das verräterische Bündel hervor und stopfte es blitzschnell, als könnte ihm jede Millisekunde, die er es nicht vor der Welt versteckte, zum Verhängnis werden in das Erdloch. Drückte es so tief nach unten wie möglich. Ein letzter Blick. Passt. Dann schaufelt er die Grube ebenso hastig wieder zu. Scharte zum Schluss mit dem Schuh noch grob das Laub wieder drüber, welches, obwohl der letzte goldene Herbsttag schon einige verregnete Wochen zurück lag, immer noch irrsinnig laut raschelte und die anschließende Stille umso erdrückender wirken ließ, als er fertig war und regungslos ins Dunkel feuchte, aus seinem Versteck heraus zurück auf den Weg linste und versuchte, im Licht der Laternen zu erkennen, ob sich in den letzten Minuten da draußen irgendwas verändert hatte. So wie da hinten. Hat sich da gerade nicht was bewegt? Doch so sehr die Stelle auch fixierte, sie und den heimlichen Beobachter, der sich dort versteckt hatte, geradezu beschwor, äh ja, alles blieb still, nachtschwarz und friedlich und trotzdem war da dieses ungute Gefühl in seiner Magengrube, das ihn frösteln ließ und nur noch stärker anschwoll, als er sich durch die Büsche zurück auf den viel zu einsehbaren Weg drückte, als er sich durch die Büsche, aha, er machte, dass er wegkam, entfernte sich mit nun doch schnelleren Schritten als der typischen, äh, Abendspaziergänger, doch der Drang in ihm, möglichst viel Abstand zwischen die, äh, Bauminsel und sich selbst zu bringen, war übermächtig. Am liebsten wäre er gerannt, glaubte den Standort des Bündels in seinem Nacken brennend zu fühlen, leuchtend wie ein Signalfeuer für jeden von weit her zu sehen, genau wie er selbst. Hier ist er, sucht hier, schienen die Bäume noch vehementer als vorhin zu brüllen, ein wütender Chor aus uralten Stimmen, doch egal wie oft er einen Blick über die Schulter zurückwarf, um sicher zu gehen, dass keiner ihrer Aufforderung und damit ihm folgte, da war halt niemand. Und nicht, ne, auch nicht, als er am Ausgang des Parks nochmal stehen blieb und alles so intensiv absuchte, wie seine Augen es zu so später Stunde erlaubte. Keine Menschenseele weit und breit, ein Umstand, der ihn aufatmen ließ. Doch trotzdem hatten mehr als ein Dutzend Augen und Ohren genau mitbekommen, was er getan hatte und späten und horchten ihm auch jetzt genau hinterher, als er dem Park den Rücken kehrte und mit eiligen Schritten die Straße herunter verschwand. Das ist insofern realistisch, als, ähm, dass natürlich der originale Michael Krogmann, falls er das sein sollte, ich weiß es nicht genau, äh, natürlich absolut nachtblind ist, ja? Ja, das muss man schon dazu sagen, also die Nachtblindheit ist real. Guter alter Funfact. So, das war das, das war der Prolog. Seid ihr noch da, Chat? Geht jetzt los mit dem ersten Kapitel? Ich werde jetzt ganz gespannt. Hallo, ich brauche Feedback. Sigi? Gut. Eins. Slender Woman. Hype von Hurts Princess. Wir lauschen gespannt. Perfekt. Genauso soll's sein. Kapitel 1 Kapitel 1 Dienstag, der 17. Januar 2023, etwa gegen 12 Uhr mittags, Hamburg Stadtpark, auf einer mit Grünspan besetzten Bank, etwas abseits. Unter anderen Umständen hätte es ein richtig schöner Tag sein können. Gut, es war kalt, arschkalt sogar, nach, äh, Klimawandel lässt grüßen, milden Weihnachtstagen hatte der Winter Hamburg pünktlich zum Jahresanfang voll in Beschlag genommen und bescherte der Hansestadt bei lausigen 5 Grad über 0 zwar maximal ein bisschen rauhreif Stadtschnee, doch von dem kleinen Plus war kaum etwas zu spüren, fand Krogi. Hey, das bin ich. Das ist ja, das ist ja absurd jetzt. Okay. Während er sich unwillkürlich tiefer in seine Jacke verkroch. Genauso gut hätten es auch minus 5 Grad sein können. Sein Atem malte dunstig weiße Wölkchen in die Luft, als er sich auf die Finger hauchte im erfolglosen, erfolglosen Versuch, sie ein bisschen zu wärmen. Mist, er hätte doch besser die dickeren Handschuhe mitnehmen sollen. Mutti. Mann, Mann, Mann. Aber immerhin hatte der Nieselregen aufgehört, der den ganzen Morgen noch über der Stadt herniedergegangen war und zusammen mit dem grauen Himmel wahrscheinlich sehr zur Freude der Touristen sämtliche Klischees über norddeutsches Wetter bestätigt hatte. Richtig aufgeklart hat es zwar immer noch nicht, die Wolkendecke hielt nach wie vor dicht zusammen und ließ die Sonne nur höchst sporadisch durch. Aber das hatte den netten Nebeneffekt, dass sich an diesem Vormittag kaum jemand vor die Tür wagte, wenn er nicht unbedingt musste und somit eine seltene Ruhe im Park herrschte, der im Sommer regelmäßig halb Hamburg zu beherbergen schien. Heute suchte man Picknickdecken und Grillgeruch, die bunten Matten der Freiluft-Yoga-Kurse und das rhythmische Klacken von Nordic Walking-Stöcken oder all jene, die es sich mit einem guten Buch auf einer Bank bequem machten oder sich nur ein wenig die Sonne ins Gesicht scheinen lassen wollten, allerdings vergebens. Die gesamte Anlage war wie leergefegt. Nur hier und da wurde die Stille vom ersten vorsichtigen Vogelgezwitscher aus den noch kahlen Baumkronen unterbrochen. Das verriet, dass der Frühling nicht mehr allzu fern war, auch wenn es sich heute noch nicht danach anfühlen mochte. Ja doch, wenn man die Augen schloss, hätte dieser Vormittag durchaus etwas Idyllisches haben können, dachte Krogi. Hätte. Wäre er nicht der Turm eingeschweißter Käsescheiben gewesen, der neben ihm auf der Bank lag und ihn geradezu diabolisch anzugrinsen schien, als sein Blick darauf fiel. Die Nummer ist es, okay. Auf ein sattes Kilo Schmelzkäse, das darauf wartete, verzerrt zu werden. Von ihm, dem Konnoisseur und Feinschmecker Michael Krogmann. Wobei Käse eigentlich das falsche Wort war. Wie hatte der Chat es so treffend ausgedrückt? Kühe distanzieren sich von diesem Produkt. Und das vollkommen zu Recht. Das Zeug schmeckte spätestens seit der dritten Scheibe wie das, was vielleicht vom Reinigungsprogramm eines 3D-Druckers übrig blieb. Und hatte nichts, wirklich gar nichts mit einem leckeren Stück Käse zu tun, so wie man es sich vorstellte, wenn man an das Wort Käse dachte. Aus Milch, von selig Wiesenkräuter, mampfenden Kühen, vor einem absurd malerischen Bergpanorama und so. Nein, damit hatte dieses Produkt hier rein gar nichts gemeinsam. Konnte nicht ferner davon sein. Krogi kämpfte mit jedem Bissen mehr mit dem Ekel. Da half auch das Klaviergeklimpern nicht viel, dass er sich zur Hintergrunduntermalung über den extra eingepackten kleinen Bluetooth-Speaker angemacht hatte. Immerhin war das hier ein Stream mit Kultur. Oder das Vogelgezwitscher. Oder die regenklare Luft. Oder überhaupt etwas. Mit jeder weiteren Scheibe konnte er sich weniger davon ablenken, wie widerwärtig dieses Zeug war. Schon jetzt dominierte das fernab von grünen Wiesen im Labor zusammengemischte Aroma seinen gesamten Mund- und Rachenraum und der nicht minder künstliche Geruch hing ihm ebenso hartnäckig in der Nase, sodass Krogi mehr und mehr das Gefühl hatte, als würde er selbst nur noch aus Käse oder wie auch immer man dieses Produkt korrekt nennen mochte, bestehen. Du bist, was du isst, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh je, worauf hat er sich da eingelassen? Also wie Sie sagen, das hier ist natürlich alles Fiktion. Das war für mich kein Problem. Ich habe diesen Käse geliebt. Für mich hat dieser Käse absolut was mit Käse zu tun. Aber so steht es hier nicht. Während er sich die nächste Scheibe auspackte, fragte Krogi sich unwillkürlich zum wiederholten Male, wie er überhaupt in dieser Situation gelandet war. Eigentlich hat er doch gestern im Stream nur acht Jahre RBTV-Revue passieren lassen wollen. Sich einfach in entspannter Runde mit den Leuten über all die großen und kleinen Highlights austauschen wollen, die sich in der ganzen Zeit angesammelt hatten. Denn da hat es einige gegeben. Das hat er ja schon gemerkt. Dann waren, äh, dann, wann immer... Dann? Nein. Das hatte er ja schon gemerkt, wann immer er sich diese Frage selbst gestellt hatte, je näher das große Jubiläum gerückt war. Das Moin Moin vom Heideparkzaun mit Andi war so ein persönliches Highlight zum Beispiel. Und erst das Moin Moin aus dem Heidepark. Überhaupt hatten ihm die Outdoor-Drehs immer besonders viel Spaß gemacht. Egal, ob am Morgen oder zu später Stunde hinter dem Steuer seines Sprinters für Late Nights. Außerdem die großen Spektakel à la Beanscom, besondere Let's Plays wie der 24-Stunden-Skyrim-Marathon oder auch nur irgendein x-beliebiger Simulator mit Walle. Dazu diverse Ausgaben, Jugendzimmer sowieso, äh, sowie auch so manche Sendung, bei der er gar nicht selbst vor der Kamera gestanden, sondern diese nur als Redakteur betreut hatte oder sogar ganz zu Beginn noch als Tonmann aus der Regie verfolgt hatte. Oh ja, da kam einiges zusammen. Das ist ja herrlich. Je mehr er darüber nachgedacht hatte, desto mehr war Krogi eingefallen. Und auch der Chat war bei dieser Frage gestern förmlich übergesprudelt vor tollen Momenten und Erinnerungen, die sich teilweise mit Krogis überschnitten hatten oder auch ganz andere gewesen waren, die er auf Anhieb gar nicht auf dem Schirm gehabt hatte. Sowie eine gewisse Social-Eating-Episode, in welcher Gregor sich in einer halben Stunde sage und schreibe 19 Scheib Blättenkäse einverleibt hatte. Absolutes Internet-Gold, meine Damen und Herren! Zu Feier des Tages hatten sie sich das VOD gemeinsam nochmals in voller Länge gegönnt und das Ganze auch nach über sechs Jahren immer noch äußerst unterhaltsam gefunden. Was es jetzt über den eigenen Charakter aussagte, war fraglich, doch Krogi und der Chat hatten sich köstlich, Hahaha, Wortwitz, darüber amüsiert, wie es dem armen Gregor vor all dem Käse gegruselt hatte. Als bloße Zuschauer hatten sie ja auch leicht lachen gehabt und umso weniger war es Krogi jetzt im Nachhinein begreiflich, wie in aller Welt er es für eine gute Idee hätte halten können, sich doch einmal selbst an diesem Experiment zu versuchen. Ja gut, er hatte sich damals wie gestern schon gefragt, ob Gregor nicht etwas übertrieben hatte. Nicht, dass er ihm irgendwas unterstellen wollte, es war ohne Zweifel eklig genug gewesen, aber nach all den Jahren, die sie jetzt schon zusammenarbeiteten, wusste Krogi eben auch, dass sein geschätzter Kollege gewisse schauspielerische Fähigkeiten besaß. Das Ding ist halt, ne, wenn ich das jetzt so vorlese und ich nehme mal meinen Namen, ja, du denkst dir eine Geschichte aus, Hörtsprinzess, und ich lese das vor und spreche mit meinen Namen diese Dinge aus, dann wird es ja irgendwie Fakt. Das ist das Absurde. Du machst Fiction, ich lese es vor und dadurch wird es Realität. Absolut Psycho, was wir hier machen. Mal gucken, was passiert. Was passiert. Da war es doch gut möglich, dass er das Entertainments wegen zumindest zu Beginn vielleicht ein bisschen mehr Showdome gemacht haben könnte, als nötig, oder? Und vermutlich, weil es so ein guter Stream gewesen war und er und der Chat in euphorischer Stimmung angesichts der Jubiläumspartywoche, die auf den Rocket Beans Kanälen bevorstand, war ihm dann irgendwie einfach rausgerutscht, dass diese Challenge eigentlich mal jemand nachstellen müsste. Also rein aus wirtschaftlichen Zwecken versteht sich. Wissenschaftlichen. Also rein aus wissenschaftlichen Zwecken natürlich. Nur um den Wahrheitsgehalt hinter Gregors Reaktion zu überprüfen. Nur, wie zur Hölle war er dann auf die Idee gekommen, dass er selbst dieser jemand sein könnte. Am besten auch gleich morgen. Live im Stream. Wahrscheinlich hatte das auch mit dieser blöden Euphorie des Moments zu tun. Anders konnte Krogi sich nicht mehr erklären. Da tat man schon mal dumme Dinge. Und bevor er die Schnapsidee hätte zurücknehmen können, war der Chat schon drauf angesprungen, gehypt wie nichts. Ja, 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 bitte. Ja, au, au, lass machen. Ein paar skeptische Stimmen waren zwar auch dabei gewesen. Lol, bist du dir da sicher? Lol, bist du dir da sicher? Doch der Grund, der Nachrichten, die auf einmal rasend schnell über seinen Screen gerattert waren, war unisono begeistert gewesen. Bei dem Anblick hatte Krogi dann zum ersten Mal gesch... geschwarnt. Du benutzt Worte, hörst Prinzess, die sind einfach fantastisch. Bei dem Anblick hatte Krogi dann zum ersten Mal geschwarnt, dass es jetzt wohl kein Zurück mehr gab und war für einen ganzen, ganz kurzen Augenblick in Zweifeln darüber geraten, worauf er sich hier gerade einließ. So klingt der Chat in meinem Kopf, ja. Doch dann war ihm diese eine Nachricht ins Auge gesprungen. 10 Subs, dass du es nicht durchhältst. Wunderschön. Hatte da auf einmal gestanden. Ein Satz nur wortwörtlich ohne Punkt und Komma und doch hatte der ausgereicht, um seinen Ehrgeiz zu wecken. Nicht mal wegen des Einsatzes 10 Subs holte er mit dem nächsten Hype Trainer Mittwoch doch mit links rein. Dieses kapitalistische Schwein. Sondern weil er einer Challenge schon immer nur schlecht hatte widerstehen können. Selbst wenn es sich dabei um so eine dumme, dumme Idee handelte, wie mindestens 20 Scheiben Schmelzkäse zu essen. Das ist ein bisschen wie Marty McFly. Ja. Das ist ein bisschen wie Marty McFly bei Zurück in die Zukunft. Feige Sau. Und bei mir ist es so, Challenge, traust dich nicht, oder was? Aber in dem Moment hatte Kogi sie gar nicht allzu dumm empfunden, die Idee, sondern hatte angestachelt von der Wette wirklich geglaubt, er würde das ach locker, oder wie ich sagen würde, locker, easy, schaffen. Und die Leute waren sowieso Feuer und Flamme gewesen. Gab es doch für sie unverhofft eine Neuauflage von Gregors Käsekampf. Tja, und so war es dann irgendwie beschlossene Sache gewesen und zumindest, was die Zuschauer anbelangte, war die Begeisterung auch immer noch ungebrochen gewesen, wie Kogi hätte sehen können, als er sich vor etwa einer halben Stunde auf dieser Bank eingerichtet und der Kamera den frisch zuvor besorgten Stapel Scheibletten präsentiert hatte. Zu dem Zeitpunkt zwar schon mit dieser leicht leisen Stimme des Zweifels von Warum mache ich das eigentlich in seinem Inneren, als er den schmelzigen Stapel so vor sich gesehen hatte, doch noch ohne den Hauch einer Vorstellung dessen, wie widerlich dieser Vormittag noch werden würde. Für die Wissenschaft! Zitierte Krogi seinen Mantra des Tages, während er tapfer weiterkaute, um eine weitere Portion der klebrigen Masse so schnell wie möglich runterzuschlucken zu können. Bloß nicht zu lange aufhalten, weiter essen, einfach weiter essen. Für die Wissenschaft! Teilzeitnerd, vielen Dank! Es war zwar mehr als fraglich, wie groß der wissenschaftliche Mehrwert dieses Experiments im Endeffekt wirklich wäre, vor allem für außerhalb der Rocket Beans Blase, aber eine Challenge war eine Challenge. Also fand Krogi nur hatte seinen Magen da leider eine andere Haltung und auch die wurde mit jeder Minute mit jedem Bissen deutlicher. Für das Mikro seines Handys war es bestimmt zu leise, aber Krogi selbst vernahm sehr wohl das Grummeln und Rumoren, das sich bereits in seinem Inneren bemerkbar machte und er war erst bei der Scheibe 9. Noch nicht mal die Hälfte dessen, was er schaffen musste, um mit Gregor gleichzuziehen. Die 20, um ihn zu übertrumpfen, wie er gestern großspurig angekündigt hatte, das bin ich, schien auf einmal in einer sehr viel weiteren Ferne als gestern noch, als er Vergangenheitsgregor beim Leiden zugesehen hatte und noch der Meinung gewesen war, dass es so schlimm, wie es bei dem Älteren rübergekommen war, doch nicht sein konnte, oder? Doch schon kurz nach Beginn seines Experiments hatte Krogi bereits gedämmert, doch, es konnte absolut so schlimm werden und nach mittlerweile 9 Scheiben konnte er mit absoluter Sicherheit sagen, nein, übertrieben oder etwas vorgespielt hatte sein Bohnenkollege weiß Gott nicht, es war exakt so schlimm, wenn nicht sogar noch viel schlimmer, als man als Zuschauer erahnen mochte und er selbst war anscheinend weitaus weniger hart im Nehmen als gedacht. Alles real. Am Anfang hat er das Ganze ja sogar noch irgendwie witzig gefunden und gute Miene zum bösen Spiel gemacht, hatte sich durch den glutamatlastigen Geschmack gescherzt und mit dem Chat tiefgründig über die Bedeutung des Käses für die moderne Gesellschaft philosophiert, aber mit jeder weiteren Scheibe war ihm immer weniger nach Reden und Unterhaltung zumute gewesen und seine Stimme war immer leiser geworden. Dafür der Rest von ihm immer lauter. Abgesehen von seinen von sich häufenden Aufstoßen und dem unzufriedenen Grollen in seiner Magengrube hatte Krogi auch zusehends schwerer zu schnaufen, während er darum rang, die bereits beginnende Revolte seiner Eingeweide unter Kontrolle zu halten und dieser Zustand sowie die böse Vorahnung, dass es nur noch schlimmer werden würde, je weiter er aß, sorgten zusammen mit der Januarkälte, die ihm so im Sitzen mehr und mehr unter die Kleidung kroch und der schwermütigen Mondscheinsonate, die aktuell aus dem kleinen Lautsprecher plärte dafür, dass sich Krogi-Stimmung gefährlich an einem Kipppunkt annäherte. Das war wirklich im Januar? Stimmt das wirklich? Dann müssen wir es wiederholen. Sollte das wirklich im Januar gewesen sein, dann ist es Zeit, in diesem Januar erneut den Käse Stapel zu bezwingen. Das ist unser Ritual für die Wissenschaft. Ich hoffe, ihr seid dabei, Chat. Vor der Scheibe 10 haben alle einen Downer gehabt, verkündete er dem Chat, im Brustton der Überzeugung. Man musste sich Dinge doch nur lange genug einreden, damit man sie irgendwann selber glaubte, oder? Während er sich äußerst umständlich daran machte, die besagte zehnte Scheibe auszupacken. Wahrscheinlich lag es eher an den unbehaglichen Temperaturen, die mittlerweile jegliches Gefühl aus einen Fingerkuppen vertrieben hatten. Doch Krogi kam es so vor, als würde jeder Teil seines Körpers sich sträuben, bei dieser Sache weiter mitzumachen. Als wollte er einen tief in seinem Unterbewusstsein verankerten Urinstinkt ihn warnen. Genug ist genug. Wobei diese Grenze von genug wahrscheinlich schon längst überschritten war. Das künstliche Aroma hatte sich gefühlt bereits so tief in seine Geschmacks Zellen gefressen, dass es ihn mit Sicherheit noch die nächsten Tage verfolgen würde und vermutlich noch länger, je mehr er sich von dem Zeug jetzt rein zog. Wie aufs Stichwort musste er aufstoßen und der Pseudokäse Geschmack flutete erneut seinen Mund zusammen mit einer feinen Note Holy Erdbeer. Das ist einfach so geil. Es ist einfach herrlich. Es ist einfach herrlich. Ähm. Entgegen aller bisherigen Bemühungen um einen Pokerface war zu Krogi nun doch das Gesicht. Wie der lich. Oder wie ich sagen würde wunderbar. Es war zwar schon eine Weile her, dass er generell das letzte Mal diese Art von Produkt verzehrt hatte und dann auch nicht pur und jetzt rechne ich so viel auf einmal, aber so schlimm hat er den Geschmack nicht in Erinnerung gehabt. Sonst hätte er sich doch niemals darauf eingelassen. Also wir machen es diesen Moment nochmal. Aber jetzt nach diesem unerwartet heftigen Realitätscheck war Krogi sich auf einmal nicht mehr sicher, ob er diese Challenge überhaupt schaffen konnte. Geschweige denn wollte. Oder ob er nicht lieber abbrechen sollte. Besser jetzt, wo er mit der Übelkeit noch halbwegs auszuhalten war. Wo es mit der Übelkeit noch halbwegs auszuhalten war. Als krieglich so knapp vorbei ist auch daneben mäßig an Nummer 17 zu scheitern, oder? Für einen Augenblick geriet Krogi darüber tatsächlich innerlich ins Wanken, die Scheibe 10 noch unangebissen in der Hand. Am liebsten hätte er sie genauso belassen und wirklich einfach aufgehört. Und wie er sich vor Augen führte, konnte er das auch. Objektiv gesehen konnte ihn ja niemand zwingen, weiterzumachen. Es sei denn, ein vor Enttäuschung schaubender schnaubender Mob an Zuschauern käme in den Stadtpark gestürmt und würden ihm den Käse gewaltsam zuführen. Aber der Fall war wohl eher zu vernachlässigen. Vor allem, da die anfängliche Euphorie der Leute wie ein kurzer Blick auf den Chat verriet mittlerweile ebenfalls nachgelassen hatte. Wirklich? Daran kann ich mich nicht erinnern. Es wurde zwar noch tapfer mitgezählt, so wie Kogi es ihn zu Beginn des Streams aufgetragen hatte und nicht wenige feuerten ihn weiter an, aber vor allem litten sie mit. Ich fühle jede einzelne Scheibe schrieb jemand. Entschuldigung, das ist ja der andere Erststimme. Ich fühle jede einzelne Scheibe schreibt jemand. Es ist so schlimm, was Leute für Klicks machen. Oder ist es schlimmer, dass wir uns es ansehen? LOL! Ein anderer. Und wieder jemand anders wollte wissen, nur pro forma, wo genau im Park er sei für den Rettungswagen. Dazwischen diverse Käse-Emotes, Wortspiele, Jesus Christ und immer wieder Zurufe aller Du schaffst, du schaffst das, zieh durch! Und mindestens genauso viele Respektzäule wie angewiderte Beteuerungen, dass man selbst das nicht könnte. Doch trotzdem waren sie alle noch da. Das musste man sagen. Seine Community war wirklich toll. Egal, ob er sich bis in die frühen Morgenstunden wild durch die Musikgeschichte trommelte, eine Stunde lang im Park hockte und weitestgehend schweigend die Eichhörnchen und Vögel fütterte oder bloß eine lange Autofahrt überbrücken wollte, seine Zuschauer unterstützten ihn bei allem, was er sich so in den Kopf setzte, weil es einfach nette Menschen waren. Das ist einfach nur Hammer. Das muss man so sagen. Das kann ich also 100% genau unterschreiben. Hammer. Original Kommentare, by the way, schreibt Hurts Princess. Aber das finde ich eine schöne Ergänzung. Und als solche hätten sie sicher auch Verständnis, wenn er hier an dieser Stelle das Handtuch warf, oder? Gesundheit ging schließlich vor und so auch Kommentare in diese Richtung hatte Krogi mittlerweile mehr als einmal über dem Bildschirm seines Chat-Handys flackern sehen. Ob scherzhaft oder ernst gemeint, sei mal dahingestellt. Trotzdem nahm Krogi darauf noch einen Schluck Holy aus seiner Flasche. Ich nehme jetzt ein anderes Produkt. Ja, ich nehme ein anderes Produkt. Ich wechsle das jetzt. Trotzdem noch einen Schluck Essig aus seiner Flasche und ließ sich den Gedanken für einen Augenblick auf der käseklebrigen Zunge zergehen. Aufhören. Jetzt. Gregor demütig Respekt für seine Leistung zollen, sowohl im Stream als auch nachher nochmal persönlich im Büro und anerkennen, dass diese Challenge hier noch doch eine Nummer zu groß für ihn selber war. Zehn Subs hin oder her. Die übrigen Päckchen könnte er einfach im Redaktionskühlschrank bei Rocket Beans deponieren. Vielleicht mochte ja noch jemand was davon in üblicher Verzehrmenge. Und auch wenn er selber den restlichen Tag sicher nicht ohne Magenziehen verbringen würde und vielleicht sogar auch noch den danach, käme er so vielleicht gerade noch um Schlimmeres herum. Denn was genau sich da in seinem Inneren ankündigte, konnte er nicht richtig einordnen. Es war ein ganz eigenartiges Körpergefühl, dass er trotz einer Menge Blödsinn, den er schon mitgemacht hatte, ich hab schon mal ne Glühbirne gegessen, ja, muss ich schon sagen, so noch nie gehabt hatte. Doch es fühlte sich definitiv nicht gut an. Wie auf Knopfdruck geisterte ihm wieder diese eine Schlagzeile durch den Kopf, die er gestern im Stream gelesen hatte. Phosphate. Phosphate. Phosphate, die stillen Killer. Phosphate, die stillen Killer. Eigentlich hatte er, als ich diese fixe Idee von Hey, lass uns doch das Social Eating nachstellen zu verfestigen schien, nur recherchieren wollen, wie viele Kalorien so eine Menge Schmelzkäse eigentlich beinhaltete und war dabei über einen Artikel gestoßen, der eher von den Inhaltsstoffen warnte, als vor der bloßen Kalorienzahl. Vor allem, allen voran vor den künstlichen Phosphaten. In hohen Dosen könnten diese Nierenschäden, Herzinfarkte, Schlaganfalle, Osteoporosen sowie eine lange Liste weiterer ganz und gar nicht spaßiger Krankheiten begünstigen. Das ist einfach herrlich. Verlockend klang anders, das hatte selbst der normalerweise unerschüttliche Optimist in Krogi zugeben müssen. Vor allem in Anbetracht des Algorithmus. Zynisch passende Werbebanners eines Bestattungsinstituts. Direkt neben dem Text, welches der Aussage des Artikels noch einmal in eine drastische Note verlie... Ah, ich check's. Okay. Doch nirgendwo hatte Krogi so recht herausfinden können, wann genau dieser Effekt eintrat. Über welchen Zeitraum man sich welche Unmengen Phosphat zuführen musste. Exakt. Damit es akut gesundheitsschädlich war. Wäre. Oder ob da ein einmaliger Exzess mit Schallblätten schon ausreichte. War er nur über ein paar Ernährungsportale gestolpert, die ihn mit irrsinnig vielen Zahlen und Tabellen bombardiert hatten, doch mit den ganzen Werten hatte er als Laie natürlich nichts anfangen können. Weil er auch sehr dumm ist. Und wie das so oft war im Internet, war er, bevor er zu einem Ergebnis hätte kommen können, abgelenkt worden und hatte im nächsten Moment interessiert, die Geschichte der Cocktailkirschen auf Wikipedia studiert. Das stimmt auch wirklich. Das ist ja wirklich nur Hammer. Ey, Ryka TNG hat abonniert. Vielen, vielen Dank. Ähm. Vielen, vielen, vielen Dank. Äh, wo sind wir stehen geblieben? Äh, Cocktailkirschen auf Wikipedia studiert. Die war eindeutig viel weniger bedrohlich gewesen. Doch jetzt bereute er es umso mehr nicht weiter nachgehakt zu haben, denn so wie er es jetzt schon an sich selber wahrnahm, beschlich Krogi das Gefühl, dass die Gesundheitsgefährdung viel früher eintrat, als er angenommen hatte. Wahrscheinlich wäre es tatsächlich besser, jetzt die Reißleine zu ziehen, bevor es noch schlimmer wurde und er die ganze Sache wirklich bereuen würde. Natürlich würde ihm der heutige Tag ewig nachlaufen und vielleicht sogar ein Running Gag werden, so was wie Scheitern wie Krogi am Käse als Ausdruck für besonders krachende Niederlagen oder so, aber da müsste er dann durch. Es wurde eh mal wieder Zeit für einen neuen Insider bei Rocket Beans, oder? Ja. Vielleicht würde es ihm endlich eine Lehre sein, sich nicht mehr aus einer Stimmung heraus zu allen möglichen hinreißen zu lassen, ohne vorher zumindest eine Minute in Ruhe darüber nachzudenken, ob das wirklich eine gute Idee war. Nein, besonders schön wurde auch diese Variante nicht. Die Frage war nur, ob er lieber die Schmach und Schande der verlorenen Wette aushalten oder sich noch weitere elf Scheiben Schmelzprodukt einverleiben wollte, mehr als er bislang insgesamt geschafft hatte, wohlgemerkt. Ja, das stimmt. Zumindest sein Magen hatte da eine eindeutige Meinung, der rumorte schon gleich wieder los, als Krogi die ausgepackten Scheiben in seiner Hand nur ansah. Alleine die Farbe dieses fettigglänzende Gelb-Orange sah so künstlich aus, dass eigentlich jedem klar sein musste, auch ohne Diplom in Ernährungswissenschaften, dass es an diesem Produkt nichts, aber auch gar nichts gut für den Körper sein würde, oder? Mhm. Das. Rein vom gesunden Menschenverstand her war die Entscheidung, ob weitermachen oder aufgeben, deshalb klar. Und dennoch zögerte Krogi. Na klar. Vielleicht waren es die Unmengen an Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern und was sonst nur alles in diesen kleinen gelben Quadraten zusammengepresst worden war, die sein Denken beeinträchtigten oder schlichtweg die enorme Menge an Blut, die für die Verdauung der klebrigen Masse benötigt wurde und dadurch an anderer rationaler Stelle fehlte. Doch er brachte den Einsatz, der ihn vor dieser Tutu befreit hätte, einfach nicht über die Lippen. Denn, naja, das wäre irgendwie schon ein bisschen peinlich, oder? Peinlich. Nachdem er vorher so groß getönt hatte, Gregors Rekord heute überbieten zu wollen und vorsorglich sogar mit 40 Scheiben aufgewartet hat. Das ist wahr. Ich hab wirklich 40 Scheiben gekauft. Richtige Dummkopp. Naja. Der Klumpen in seinem Bauch wurde noch schwerer, als sich das schlechte Gewissen dazulegte. Die Vorstellung, den Chat zu enttäuschen, der immer so treu an seiner Seite stand, fühlte sich einfach richtig mies an. Und dann war da auch noch diese eine blöde Wette, 10 Subs, dass du es nicht durchhältst. Krogi atmete tief durch. Er hätte nicht gedacht, dass sein Ego so groß wäre und stolz war darauf, auch absolut nicht. Doch er spürte, wie sein inneres Pendel in eine Richtung ausschlug und er einen Entschluss fällte. Sehr zum Missfallen seiner Eingeweide, die sofort lautstark protestierten, kaum das ihm selber bewusst wurde, wie er sich gerade entschied. Aber er wollte, musste, das hier jetzt durchziehen. Für den Chat, für die Wissenschaft und für seine Ehre. Und für immerhin 10 Subs. Hey! 10 Subs. Hey! Also aß er weiter. Kämpfte sich tapfer durch den Turm Käsescheiben, welcher gefühlt gar nicht schrumpfen wollte und durch mindestens drei Vorstufen des Wahnsinns, doch irgendwie mit einigen Trinkpausen zum Nachspülen, stoisch in Gedanken vor sich hin gemurmelten Mantras und den Anfeuerungen aus dem Chat, sowie einer ordentlichen Portion Selbstbetrug und Galgenhumor. Lecker! Wirklich lecker! schaffte Krogi es, zog nicht nur mit Gregor gleich, zog nicht nur mit Gregor gleich, sondern wirkte nach der 19. sogar noch unter Aufwendung aller Selbstüberwindungen, die er hatte, eine 20. Scheibe herunter. Wir sind so weit gegangen, jetzt bringen wir die auch noch rein. Und er füllte damit seine Challenge entgegen aller Widrigkeiten doch noch Heureka! Fragte sich nur zu welchem Preis, denn das Hochgefühl, diese unbändige erste Erleichterung, die ihn überkommen hatte, als er sich die letzten Fitzel der besagten Scheibe 20 mit einem weiteren Schluck aus seiner Trinkflasche aus dem Mund gespült hatte, hielt leider nicht lange an, sondern schwang schon kurz nachdem die versprochenen 10 Subs über sein Display geflackert waren, um ins Gegenteil. Bei Subs steht ein, da ist so ein Sternchen und unten ist auch nochmal das Sternchen, da steht jetzt Fun Fact, ich war eine der 10 Beschenkten. Wupp Wupp. Und das nun mehr halbe Kilo pures Schmelzkäseerzeugnis in seinem Bauch ließ Krogi die Entscheidung, nicht abgebrochen zu haben, auf einmal doch sehr bereuen, um nicht zu sagen, ihm war es übel wie selten zuvor. Das ist wahr. Sein Magen spannte und wog unendlich schwer, so als wäre er nicht dran von mit Käse, sondern mit Steinen und das dazu der widerliche Geschmack, wie befürchtet, hartnäckig in seinem Mund pappte und sich auch mit Nachtrinken nicht vertreiben ließ. Machte die Sache nicht besser, ganz abgesehen davon, dass er eigentlich auch nichts mehr trinken wollte und genauso wenig auch nur eine Sekunde länger diesem Geruch ausgesetzt zu sein, der die Bank wie eine undurchdringliche käsige Wolke zu umgeben schien. Also packte Krogi, so schnell er seinen Zustand konnte, seine Sachen zusammen, inklusive Müll natürlich, es sollten ja nicht noch mehr Lebewesen unter dieser Schnapsidee leiden müssen, er reichte vollkommen, zog sich den Schal höher vor der, die mittlerweile ebenfalls rot gefrorene Nase und beeilte sich, diesen Ort, an dem er seinen Körper so geschändet hatte zu verlassen. Bloß weg! Weil er wirklich etwas Aufmunterung und vor allem Ablenkung gebrauchen konnte, beschloss er kurzerhand, mit den Zuschauern zu den Hörnchen zu gehen. Hörnchen waren immer gut und Bewegung auch, also hoffte er zumindest. Vielleicht konnte ein ausgedehnter Spaziergang dafür sorgen, dass der Käse schnell, schnell verdaut würde und er so tun könnte, als hätte die letzte Dreiviertelstunde nie stattgefunden. Doch schon auf dem Weg zu seiner angestammten Futterstelle merkte Krugi, dass das ein fataler Fehlschluss war. Sein Magen fand die Erschütterung bei jedem Schritt nämlich alles andere als toll und binnen nicht mal 100 Meter wurde die Übelkeit so stark, dass ihm unter der Jacke der Schweiß ausbrach, ungeachtet der lausigen Witterung, die ihn bis gerade zu allem Überfluss auch noch hatte zittern und bibbern lassen bei dieser furchtbaren, furchtbaren, furchtbar dummen Challenge. Sofort machte Krugi langsamer, versuchte bewusst tief ein- und auszuatmen, um dem Tumult in seinem Inneren wieder Herr zu werden. Doch die stürmische See, in die sich seine Magensäure verwandelt hatte, wollte sich gar nicht mehr beruhigen. Wo vorher nur ein unzufriedenes Grollen und Gluckern gewesen war, lodete jetzt purer Zorn im Magen. Prompt musste er wieder aufstoßen. Der säuerliche Geschmack von Kunstkäse und Erdbeere feierte mit voller Wucht ein Comeback und nur mit Mühe schaffte Krugi es Schlimmeres zu verhindern. Live übergeben war eigentlich kein Punkt, den er auf seiner Twitch-Bucketlist stehen hatte, doch so wie alles in ihm auf einmal rebellierte, war er sich nicht so sicher, ob es dabei bleiben würde. Ich würde euch sagen, dieses Jahr machen wir es wieder, wer sie übergeben muss, muss sie übergeben. Der wird nicht weggehalten, immer drauf, immer drauf. So. Instinktiv blieb er kurz stehen, schloss die Augen und versuchte sein Zen-mäßig nur auf seinen Atem zu konzentrieren. Gino hatte ihm da doch mal was über den Einfluss der Atmung auf das vegetative Nervensystem erzählt. Auf die kühle, klare Luft und wie sie in seine Lungen strömte, in der Hoffnung, seinen verärgerten Magen so zu besänftigen, doch es gelang nur so mäßig, genau wie den Vibe einer witzigen Challenge weiter aufrecht zu halten. Als er sich halbwegs sicher war, die Augen wieder öffnen zu können, ohne sofort speien zu müssen, zeigte ein Blick auf den Chat, dass sich die Stimmung spätestens jetzt auch auf der anderen Seite des Streams gewandelt hatte. Krogi, äh, Krogi, geht's dir gut? Fragte so oder so ähnlich, nicht nur einer angesichts des abrupten Abbruchs mit einem Satz, den er da gerade hingelegt hatte. Du siehst, du siehst echt übel aus. Alles okay? Und tatsächlich war Krogi sich da selbst auf einmal gar nicht mehr so sicher, ob alles okay war. Denn abgesehen von dem flauen Gefühl im Bauch und der wildbrodelnden Magensäure wurde ihm nämlich plötzlich auch die Knie ganz weich und er hatte das Gefühl, als ob seine Beine ihn kaum noch tragen konnten. Der verbleibende Weg bis zur Futterstelle schien vor seinen Augen immer länger und länger zu wachsen und zu schwanken. Reflexartig schüttelte Krogi den Kopf, blinzelte, um seine Sicht zu klären, doch richtig gerade ausgucken konnte er trotzdem nicht. Fast so, als wäre er heftig betrunken, nur ohne die gelöste Glückseligkeit dabei. Konnte das von der überhohen Dosis an Phosphaten kommen? Wie aufs Stichwort rauschte eine neue Welle der Übelkeit durch ihn hindurch, ließ ihn gleichzeitig zittern und glühen, aber dieses Mal konnte er auch von der aufflackernden Panik sein, konnte es auch von der aufflackernden Panik sein, die sich bei dem Gedanken einstellte. Phosphat die stillen Killer Verdammt, er hätte das Ganze besser nicht so auf die leichte Schulter nehmen, sondern vorher ordentlich recherchieren und sich vor allem medizinischen Rat suchen sollen. Von einer qualifizierten Person und sich nicht nur selbst halbgares aus Online-Artikeln zusammen zu glauben. Aber wer machte sowas schon, vor einer Internet-Challenge? Bei dem Löffel Zimt vor ein paar Jahren hatte sich auch niemand groß darum geschert, ob das irgendwelche ernsthaften Folgen hart hätte haben können. Geschweige denn bei diesem kurzzeitigen Trend mit den Tide-Pots, Tide-Pots, okay, bei denen hätte man zwar auch als Laie drauf kommen können, dass es sicherlich nicht ganz gesund war, Waschmittel zu trinken, oh, das habe ich nicht mitbekommen. Und ja, auch die kleine Glühbirne, die ja nach einer verlorenen Runde Bierpong mit Jared untergewirkt hatte, war nicht direkt eine Sternstunde des Menschenverstands gewesen, aber wer hätte denn ahnen können, dass Käse oder zumindest sowas in der Art solche heftigen Reaktionen auslösen konnte? Exakt! Wie gesagt, wahrscheinlich ein studierter Mediziner und noch wahrscheinlicher wüsste dieser auch, was er jetzt am besten tun sollte, um diesen Zustand so schnell wie möglich zu beenden. Das hatte Kroge über den viel zu interessanten Cocktailkirschen nämlich auch nicht mehr herausgefunden und so musste er jetzt alleine dahinter kommen, wie man eine mögliche Phosphatvergiftung am besten behandelte, was mit dem zunehmenden Seegang in seinem Kopf gar nicht so einfach war und viel Zeit zum Überleben überlegen blieb ihm ohnehin nicht, denn die Symptome nahmen mit jedem weiteren noch so vorsichtigen Schritt drastisch zu und machten es ihm schwer überhaupt noch einen klaren Gedanken zu fassen. Das hieß bis auf einen. Hatte er vorhin die entscheidenden Worte für einen Rückzieher nicht über die Lippen gebracht, so ging es jetzt auf einmal. Wie aus einem Streamer-Instinkt heraus, ganz schnell. Leute, muss ausmachen, mir geht's nicht gut, gerade hörte Kroge sich selbst, wie durch Wattenuscheln, während er schon fahrig auf dem Display seines Handys herumtippte, um die Übertragung schnell, schnell zu beenden, denn auf einmal schien die Erfüllung von Live-Übergeben näher als befürchtet oder gar Schlimmeres, wie kündigte sich nochmal ein Herzanfall an. Besagtes Herz hämmerte jedenfalls ganz schön heftig gegen seine Rippen und legte einen Beat vor, der seiner Bassdrum an so manchen Mittwochabenden alle Ehre gemacht hätte. Fuck. Nein, das hier war überhaupt nicht mehr okay oder lustig, das war definitiv zu viel, selbst für einen selbsterklärten Danger-Seeker. Endlich ploppte die erlösende Mitteilung auf, dass die Übertragung beendet sei und ohne die App überhaupt zu schließen, steckte Kroge das Handy schnell zurück in seine Jackentasche, erleichtert, dass das schon mal geschafft wäre, kein Live-Kotzen im Internet für Krogmann. Doch was am liebsten wollte er sich nur hinlegen, die Augen ganz fest zumachen und einfach abwarten, bis das hier vorbeiginge. Irgendwann. Doch leider befand er sich nach wie vor mitten im Stadtpark und sein Bett oder auch nur die Pausen-Couch bei Rocket Beans lagen einen in seinem Zustand auf einmal unerreichbar weiten Fußmarsch entfernt. Keine Chance, dass er den noch durchhielt. Im Gegenteil, so schwach und wackelig, wie er sich mittlerweile auf den Beinen fühlte, wäre die nächstbeste Bank das Höchste der Gefühle und oh, was für hohe Gefühle das waren, die der Gedanke an eine nasse Parkbank in ihm auslösten. Unter normalen Umständen hätte Krogi diese Option nie in Erwägung gezogen und auch auf die Gefahr hin, zu einem Betrunkenen gehalten zu werden, doch solange er sich nur kurz hinlegen konnte, waren Krogi seine Würde und sein Stolz in diesem Moment herzlich egal. Er wollte, er musste sich nur ganz kurz ausruhen und verschnaufen. Doch leider erlebte er bei der Suche nach einer Sitzgelegenheit ein Déjà-vu. Auch jetzt. Post Käse fand er keine, als er eine brauchte, konnte sich aber in seinem schwindelnden Kopf auch nicht erinnern, wo auf seinem Weg die nächste stand oder wo er überhaupt lang gegangen war oder herkam oder hin musste. Zusehends orientierungsloser stolperte Krogi durch den Park. In welcher Richtung lag nochmal der Hauptweg? Links runter oder da? Das habe ich aber auch ohne Käse Orientierung ist schwierig. Wenn doch nicht nur alles so schwanken würde. Es kam ihm sicher sich eher war, er kam sich eher vor. Nochmal. Er kam sich eher vor, als befände er sich an Bord eines alten Schiffskutters alt im Stadtpark und auf einem offenbar ganz schön lädierten obendrein, denn jeder Schritt fiel Krogi mittlerweile so schwer, als würde er durch Wasser warten, dass rasch höher stieg. Erst stand es ihm nur bis ans Schienbein, das dann bis zu den Knien, bis sogar seine Oberschenkel gegen den Widerstand zu kämpfen hatten und er nur noch mit größter Mühe vorwärts kam, einen Schritt machen konnte. Während das Wasser unermüdlich weiter stieg, ihm das Atmen schwer machte, die Ränder seines Sichtfelds ausfransen und verschwimmen ließ und einen trüben Schleier über den Rest legte, Konturen auflöste, die Farben seiner Umgebung ineinander fließen ließ und die Geräusche sowieso. Ein dumpfes Rauschen über allem, das nach und nach alles verschluckte, die Vogelstimmen, den Wind, sein eigenes gepressten, nein, sein eigenes, sein eigenes gepresstes Keuchen. Spätestens jetzt bekam Krogi es wirklich mit der Angst zu tun. Panik durchflutete ihn. Fuck, was passiert mit ihm? War das jetzt das Ende? War das, wie er sterben würde? An einem akuten Phosphatschock? Alleine im Januar grauen Stadtpark? Nein, 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 das konnte, das durfte nicht sein. Er brauchte Hilfe, wollte rufen, doch es war, als hätte er vergessen, wie das ginge. Kein Ton verließ seinen Mund. Wo war er noch gleich, wo war noch mal sein Handy? Krogi glaubte noch, Sirenen in der Ferne zu hören, hoffte inständig, sie seien bitte, bitte echt und nicht bloß eingebildet, denn das würde bedeuten, irgendwo hätte ihn doch jemand gehört, Gott sei Dank, und hätte ihm einen Rettungswagen gerufen. Jeden Moment würde Hilfe kommen, jeden Augenblick, aber zu spät. Das Letzte, was Krogi spürte, war, wie seine Beine nun doch unter ihm nachgaben, und er fiel, ehe die Welt um ihn herum in tiefster Schwärze ist hier wohl hammergeil, also vorlesen ist schwer, aber ist auf jeden Fall hammergeil, ist schön geschrieben, mach's nochmal jetzt ein bisschen bequemer, Kamera noch ein bisschen schärf hin, hier so, hier ist scharf, nice geschrieben, Hertz Princess hat Spaß, ja du hast es ja auch geschrieben, was sagen denn die anderen, krasser Aufwand, ist wirklich, super krasser Aufwand, aber auch echt geil, echt hammermäßig gemacht, schon geil, Schrepper spür, ja ein bisschen noch, so, okay, dann machen wir weiter jetzt, oder was, Chat, wollt ihr mehr hören, also wir machen ja eh mehr, aber passt so alles, so, weiter, weiter, na gut, dann weiter, Kapitel 2 Krogi wachte auf, weil ihn etwas in die Seite piekste. Nicht schmerzhaft, aber deutlich spürbar und weil jemand nach ihm rief. Hey, Krogmeister, hey! Die Stimme drang nur wie aus weiter nebulöser Ferne zu ihm durch und war gleichzeitig aber viel zu laut, so als läge ihr Ursprung direkt neben seinem Gehirn. Aber vor allem klagen sie so piepsig, als hätte man einen dieser Chipmunk-Filter drüber gelegt. Hey, Krogmeister, hey! Die mal eine Zeit lang so angesagt gewesen waren. Wenn jetzt wieder, waren die jetzt wieder da? Hoffentlich nicht. Ist er, äh, ist er tot? Fragte eine zweite Stimme, die war sogar noch höher. Fuck, anscheinend doch wieder Trend. Na Quatsch, nein, der atmet doch, schau doch. Äh, Krogi stöhnte gequält. Es ließ sich damals wie heute darüber streiten, ob diese Piepstimmchen nun eher lustig oder doch nur nervig waren. Doch gerade waren sie vor allem eins, schmerzhaft. Jedes einzelne... Dieser viel zu hoch gepitchten Worte, ähm, schien wie eine eiskalte Nadel geradewegs in sein Hirn zu stechen. Stich, 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 ja, ha, ha, ha. Und schon wieder. Und wieder. Am liebsten hätte Krogi sich die Ohren zugehalten, doch seine Gliedmaßen wollten ihm nicht gehorchen, fühlten sich viel zu schwer und erschöpft an. Und alles tat ihm weh, seine Hände überhaupt bis zu seinem Kopf zu bekommen, ein unmöglicher Kraftakt. Tch, fuck. Was war los? Hatte er erst gestern Abend mit dem, äh, Alkohol übertrieben? Okay, äh, er konnte sich nicht erinnern und wollte es eigentlich auch nicht mal. Selbstdenken war gerade viel zu anstrengend. Am liebsten wollte Krogi bloß wieder einschlafen. Nur Ruhe und Dunkelheit um sich haben und nichts hören. Nicht sehen müssen, nicht denken. Das hatte doch noch immer am besten bei einem Kater geholfen. Doch leider war ihm das genaue Gegenteil vergönnt. Da? Da siehst du? rief die erste Stimme nämlich ganz aufgeregt. Kaum, dass der verräterische Schmerzenslaut seine Kehle verlassen hatte. Sehr lebendig. Umgehend wurde Krogi wieder in die Rippen gepikst. Fester dieses Mal. Hey, komm schon, wache auf. Hey. Nein, 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 einschlafen. Einschlafen, das wollte er. Nicht aufwachen, nicht seinen dicken Schädel spüren müssen. Instinktiv presste Krogi die Augen fester zusammen und versuchte sein Gesicht wegzudrehen. Weg vom Licht, weg von den gemeinen Stimmen, weg von allem. Dass zumindest die Stimmen gaben so schnell nicht auf. Komm, du kannst doch nicht hier so im Nassen rumliegen, sonst hat sich mit dem lebendig schneller erledigt, als du denkst. Das ist einfach nur wild. Piepste sie ihm viel lauter. Viel zu dicht gefühlt direkt ins Hirn, sodass Krogi nur mit Verzögerung widerstand, was sie da gerade, äh, verstand, was sie da gerade überhaupt gesagt hatte. Er stutzte etwas. Nass. Äh, er stutzte etwas. Nass. Nass. Äh. Immer noch wie im Nebel spürte er erst jetzt, wie kalt es um ihn herum war, vor allem unter ihm. Und an seiner Wange fühlte er sich tatsächlich seltsam, äh, feucht an. Huh. Unter Aufbringung aller Kraft, die er in seinen gebeutelten Zustand zusammenklauben konnte, zwang Krogi sich, die Augen zu öffnen, nur um sie sofort wieder zusammenzukneifen. Zu grell. Viel zu grell. Das Brennen hinter seiner Stirn ließ ihn unweigerlich nochmal überdenken, ob er wirklich wissen musste, was los war. Aber natürlich musste er. Er konnte nicht einfach hier liegen bleiben, denn offenbar war er nicht zu Hause oder zumindest hatte seine Wohnung bislang kein Problem mit feuchten Wänden und, äh, oder Böden gehabt. Hatte er etwa vergessen, einen Wasserhahn zuzudrehen? Fuck. Wohlwissend, dass er es bereuen würde, überwand Krogi sich zu einem zweiten Versuch. Er blinzelte mit zusammengebissenen Zähnen abermals in schneidend helle Tageslicht und versuchte in den verschwommenen Schemen irgendwas zu erkennen. Nur sehr langsam klärten sich Konturen aus dem überblendeten Weiß, aber tatsächlich. Das war nicht sein Bett, nicht sein Schlafzimmer, nicht mal seine Wohnung oder auch nur das Treppenhaus. Stattdessen frostig-blasses Grün direkt vor seiner Nase. Gras, begriff er mit Verzögerung, als die ersten Halme vor ihm Gestalt annahmen. Er lag im Gras. Und nach zwei, drei Sekunden weiterer Verwirrung, warum lag er im Gras, kam die Erinnerung zurück. Erst zerflüssig und zaghaft, dann auf einen Schlag. Der Park, die Bank, die Stapelscheibletten, seine, seine Käse-Challenge, natürlich, ihm war auf einmal so schlecht geworden und so schwindelig, der ganze Boden hatte geschwank. War er wirklich ohnmächtig geworden? Krogi zuckte vor Schreck zusammen, als er unvermittelt wieder in die Seite gepikst wurde. Hey, nicht wieder einschlafen. Lass die Augen auf, fuhr ihn die Stimme an, die jetzt entgegen aller Piepsigkeit beinahe wütend klang und Krogi abrupt die Augen wieder aufreißen ließ. Er hatte gar nicht bemerkt, dass sie ihm zugefallen waren. Shit, diese Sache hatte ihm weitaus übler mitgespielt, als er für möglich gehalten hätte. Doch zum Glück hatte er ja in seiner, ähm, kurzfristigen geistigen Abwesenheit jemand anders ein Auge auf ihn gehabt und wie es schien, hatten sie auch nicht. Nein, hatten sie nicht. Als Krogi die instinktiv die vordere Tasche seiner Jeans betastete, zum Glück befand sich seine linke Hand fast direkt daneben und es bedurfte nur einer winzigen Bewegung, war sein Portemonnaie noch da. Ach so. Nur einem, Gott sei Dank. Genauso wie Handy und Powerbank dem harten Klotz in seiner Jacke nachzuurteilen, der sich unangenehm von unten in seine Rippen drückte. Seine beiden Finder hatten eine hilflose Situation nicht ausgenutzt. Es gab doch auch noch gute Menschen. Jetzt komm schon, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wenngleich sie auch etwas freundlicher sein könnten. Eigentlich konnte Krogi es nicht leiden, wenn Leute grundlos unhöflich waren und ihren eigenen Alltagsstress an anderen ausließen. Doch gerade war er nicht in dieser Verfassung, um sich daran zu stören, geschweige denn die nötigen Worte für einen Konter zusammenzukriegen. Seine Gedanken schwirrten immer noch wie eine Meute wild gewordener Glühwürmchen durcheinander und die hohen Stimmen von außen dazu brachten seinen Schädel fast zum Bersten. Himmel! Hilfsbereite Retter oder nicht, jedes einzelne Wort war in seinem aktuellen Zustand eines zu viel und Krogi wollte nur, dass die verschwanden. Was sie aber wohl erst tun würden, wenn er sie davon überzeugen konnte, dass es ihm gut ginge und er ab jetzt wieder alleine zurecht käme. Was jedoch eher so semi-glaubhaft war, solange er noch alle vier von sich gestreckt mit dem Gesicht im Gras lag. Also nahm er abermals alle Kraft zusammen und überwand sich, sich aufzusetzen, auch wenn es das letzte war, was sein tonnenschwerer Kopf eigentlich wollte. Genauso wie der Rest seines Körpers, der in jeder Faser schmerzte. Verdammt! Warum warnte einen eigentlich niemand, dass man Ü30 langsam zu alt für solche Sachen wurde? Genau wie nach einem Abend mit ein paar Kaltgetränken zu viel, wo er heutzutage auch deutlich länger etwas von hatte, als noch mit 18, 20 und froh war, wenn er am nächsten Tag nicht mehr machen musste, außer aus dem Sofa zu liegen. Aber den Luxus konnte er sich jetzt nicht gönnen. Seine Arme zitterten, als er sich mühevoll und vor allem unendlich langsam vom Boden hochstemmte. Eine sprichwörtlich helfende Hand hätte er gut gebrauchen können, doch mehr als gut gemeint oder genervten Zuspruch Ja, genau, gut so, komm schon, bekam er von seinen Rettern nicht. Ah, okay, egal. Ähm, obwohl sicherlich kaum zu übersehen war, wie schwer ihm jede Bewegung fiel. Was es ebenfalls nicht besonders glaubhaft erschienen ließ, dass er alleine zurecht käme und ob das überhaupt so eine gute Idee wäre, war Krogi sich auf einmal auch nicht mehr so sicher. Er war bereits völlig fertig, als er es endlich zum Sitzen hochgeschafft hatte und musste sogar kurz die Augen zulassen, weil in seinem Kopf alles so heftig schwankte, dass er kaum den Fokus behalten konnte. Instinktiv bemühte er sich um ein paar tiefe Atemzüge. Einatmen, ausatmen, ein und aus. Gegen die Übelkeit vorhin hatte es nicht wirklich etwas gebracht. Dazu war der fettige Klops in seinem Magen dann doch zu mächtig gewesen. Doch jetzt schien es zu helfen. Oder vielleicht lag es auch nur daran, dass er sich nicht weiter bewegte, bloß ganz still da saß, auf butterweiche Arme gestützt und mit Schweißperlen unter der Cap. Doch der Wellengang zwischen seinen Ohren ließ nach und zum Glück auch der über der Anstrengung stärker aufgeloderten Pochen in seinem Schädel in seinem Schädel, das heißt jedenfalls bis die piepsige Stimme bis aufs Neue anstachelte. Hallo, jemand da? fragte sie kaum, dass er saß ohne jede Schonzeit und verstärkte in Kogi den Wunsch nur noch, dass die beiden abhauten und ihn endlich in Frieden ließen, aufmerksame Mitmenschen hin oder her. So. Doch als er es wagte, die Augen wieder zu öffnen, Um seinen Rettern ins Gesicht zu sehen und ihn zu versichern, dass alles in Ordnung sei, war da niemand. Und während er sich noch wunderte, hatte er sich die Stimme nur eingebildet. Er hatte sie doch ganz deutlich gehört. Registrierte er aus dem Augenwinkel eine Bewegung, wandte ganz automatisch den Kopf in jene Richtung, nur um zu sehen, wie ein Eichhörnchen neben ihn sprang. Siehst du, habe ich doch gesagt, der wird weder. Piepste es und warf einen trumpfierenden Blick in Richtung eines zweiten Hörnchens, das Krogi leuchtend orange nur unwesentlich weiter bei seinen Füßenhocken entdeckte, ehe das erste seine kleinen Ärmchen verschränkte und seine Aufmerksamkeit wieder auf sich zog. Ja, dann kannst du uns jetzt ja auch sagen, was das letzte nach sollte, Krogmeister. Und dazu funkelte es ihn so bitterböse aus seinen schwarzen Knopfaugen an, dass es kaum verwunderlich gewesen wäre, wenn sein Blick Brandlöcher in seiner Jacke hinterlassen hätte. Doch selbst eine zischende Rauschsäule auf seiner Brust hätte Krogi in dem Moment nicht egaler sein können. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er das Tier an. Hast du da gerade gesprochen? Krächzte er, die Kehle staubtrocken und die Zunge noch pelzig, doch auch das nahm er kaum wahr. Sein Fokus lag ganz auf dem flauschigen Fellball, der direkt vor ihm auf den Hinterläufen hockte und ihn mit unverholener Missbilligung musterte. Äh, ja, ja, klar, antwortete es gedehnt, als handelte es sich dabei um das Normalste der Welt und Krogi sah aus dem Augenwinkel auch das zweite Nicken mit sichtbarer Verwirrung, so als, äh, so als sei seine Frage, was an dieser Situation komisch war und nicht, dass ein Eichhörnchen offenbar sprechen konnte oder dass, äh, und du kennst meinen Namen, fragte er weiter, als er erst mit etwas Verzögerung begriff, was genau das Hörnchen da gerade gesagt hatte. Krogmeister, ja, hey, Krogmeister. Wieder nickte das Tier bloß. Äh, klar, du bist doch oft genug bei uns, für Selbstgespräche mit deinem kleinen komischen Kasten. Es nahm die Pfötchen hoch, als würde er sein Handy halten und ahmte in übertriebener Weise nach, wie es aus ihrer Sicht wohl aussah, wenn Krogi sich mit dem Chat unterhielt. Zuckte anschließend die fälligen Schultern und legte den Kopf schief, was verdammt niedlich hätte aussehen können, wäre dann nicht nach wie vor dieses wütende Blitzen in seinen Knopfaugen gewesen, mit denen es ihn genau im Blick hielt. Ihn geradezu fixierte. Wie sollen wir dich denn nennen? Touché, musste Krogi zugeben. Immerhin schaut er wirklich häufig dort vorbei, ohne, auch ohne Stream, einfach nur, um runterzukommen und mal eine Minute innezuhalten, wenn ihm mal alles zu trubelig wurde. Doch von Entspannung konnte jetzt keine Rede sein, angesichts der finsteren Stimmung, in der das Hörnchen vor ihm zu sein schien. Und das ist auch gut so, denn wir haben ein Problem, mein Lieber. Oh. Und das ist auch gut so, denn wir haben ein Problem, mein Lieber. Und ehe Krogi sich's versah, drückte es sich blitzschnell vom Boden ab und machte einen Satz auf ihn zu, sodass er instinktiv einen zurückmachte oder zumindest machen wollte, denn seine Reaktionszeit war nach wie vor merklich beeinträchtigt, sodass das Tier mit einem weiten Sprung auf seinen Oberkörper landete und so zielstrebig weiter zu seinem Gesicht hochklettern wollte, dass Krogi es mit der Angst zu tun bekam. Mit einem Aufschrei schlug er nach ihm. Geh runter von mir! Versuchte panisch, den fälligen und viel zu flingenden Körper von sich runter zu bekommen. Bloß weg, weg! Au! Schimpfte das Hörnchen, das Mühe hatte, dem Gefuchtel auszuweichen, ehe es aufgab und schnell auf den Boden zurücksprang, sich auf empörten Sicherheitsabstand rettete. Kurze Verschnaufpause. Was hast du denn? Ich wollte dir doch nur den Weg zeigen. Du kennst uns doch. Beinahe anklagend deutete es auf sich und seinen leuchtend orangenen Kumpel. Wir sind's! Gerd und Torben! Alte Zange! Gerd und... Gerd und Torben, was geht ab? Gerd und Torben, ey! So. Ähm. Geil. Gerd und Torben, ey. Alte Zange, Hammer. Ähm. Was? Kroi stockte so abrupt, dass man hätte meinen können, jemand hätte im Film die Pause-Taste gedrückt. Und wie in einem Film kam er sich auch vor. Hat er bis gerade noch geglaubt, er hätte sich nur ordentlich in den Kopf gestoßen, hätte seine Sinne noch nicht ganz wieder beisammen, so war er sich jetzt sicher, dass besagte Sinne ihn verarschen mussten. Das konnte jetzt wirklich nicht sein. Gerd? Gerd, ey! Fassungslos starrte er das Tierchen an, hoffte, dass er sich jetzt das wirklich nur eingebildet hatte und dass das Hörnchen gar nicht darauf reagieren würde, nicht antworten würde, weil er es ja einfach nur ein Eichhörnchen war, die bekanntlich nicht sprechen können und schon gar keine Namen hatten. Und doch war es, als hätte diese Namen zu hören ein Schalter in ihm umgelegt, denn auf einmal, noch nicht ganz wieder bei Sinnen oder nicht, konnte Krogi sich nicht mehr entwehren, erwehren, dass er das Hörnchen kannte, das Tier tatsächlich er kannte, diesen braunen Pelz und das schon etwas ergraute Gesicht, das wie zur Bestätigung der Prozesse, die sich da gerade in Krogis Kopf abspielten, daraufhin Aberballs nickte. Und Torben, ja! Wir sind's! Gerd deutete in Richtung seines Artgenossen neben sich, den noch etwas schüchternen, leuchtend-orangenen Fellball namens Torben, der Krogi ebenfalls als nicht unbekannt war, weil... Aber so hab ich euch doch genannt, platzte er hervor, völlig außer sich. Doch Gerd stieß nur einen abfälligen Laut aus, irgendwo zwischen Fauchen und Schnalzen. Jetzt hör mal zu ihr! Jetzt hör mal zu ihr! Jetzt wird man nicht größten wahnsinnig! Wir haben schon immer so geheißen! Schon bevor du hier aufgetaucht bist! Nee! Gerd deutete so heftig den Kopf, dass ihm gleich wieder schwindig wurde. Nein! War der trotzdem fast schon panisch weiter, als hinge sein Leben davon ab, jetzt Recht zu behalten oder sein Verstand. So habe ich euch genannt! Das ist so! Ich meine, wer würde denn ein Eichhörnchen so nennen? Immerhin hatte er sich extra absurde Namen für die kleinen Flausche einfallen lassen. Gerd Torben, Kerstin, Johnny. Das waren wirklich nicht die ersten, die einen in den Sinn kamen, wenn man eins der flauschigen Tiere sah. Doch das jene, das da gerade in diesem Moment vor ihm hockte, hatte nur ein weiteres Schnauben für ihn übrig. Absurd! Absurd, willst du das? Absurd! Jetzt hör mal auf, du! Miese Sau! Steht doch nicht. Jetzt war es Gerd, der vehement den Kopf schüttelte. Den Namen haben mir meine Mutter gegeben nach meinem Urgroßvater Gerd, seines Zeichens stolzer Erklimmer der großen Eiche und Eroberer des südlichen Parks. Und Torben, was ist dagegen einzumenden? Ist doch ein ganz normaler Name. Besagtes zweites Hörnchen nickte so gleich von der Seite dazu, sah aber nicht halb so empört aus wie Gerd, sondern eher verunsichert, so als verstünde es nicht, was denn an seinen Namen auszusetzen sei. Natürlich nichts, abgesehen davon, dass er wohl kaum die populärste Wahl für ein kleines Eichhörnchen war. Doch ehe Krogi weiter darauf hätte beharren können, dass er ihn ja genau deshalb ausgesucht hatte, winkte Gerd bereits ab. Ist auch egal. Wir haben ein weitaus wichtigeres Problem, Krogmann. Und du kommst jetzt gefälligst mit und hilfst uns endlich. Damit machte das Hörnchen wieder anstalten, auf ihn zuzukommen, doch dieses Mal war Krogi schneller, zog geistesgegenwärtig den Fuß weg, ehe das Tier ihn hätte erreichen können und rappelte sich auf, kam schwankend wieder auf die Beine, die sich zwar immer noch wie gummiartige Stelzen anfühlten, beinahe fremdartig, als gehörten sie nicht zu ihm, doch darauf konnte Krogi jetzt keine Rücksicht nehmen. Hör mitkommen, im Leben nicht. Hä, nein, bleib hier, rief Gerd und weil sich in Krogis Kopf leider immer noch alles viel zu schnell drehte, war er kaum zwei Dritte weit gestolpert, da hatte das Hörnchen ihn schon eingeholt und klammerte sich mit einem tollkühen Satz an sein Bein. Jetzt beruhig dich doch erstmal. Doch Krogi stand nicht der Sinn danach, sich zu beruhigen, im Gegenteil. Geh runter von mir, schrie er, lasst mich, während er versuchte, das Nagetier von seinem Bein abzuschütteln. Das fand mit seinen Krallen jedoch mühelos an seiner Jeans Halt und zeigte sich gänzlich unbeeindruckt von dem Gehüpfe, wohingegen Krogis Kopf ihm das Wilde auf und ab umso übler nahm und ihn gepeinigt die Augen zusammenkneifen ließ. Und als er sich stattdessen runterbeugte und das anhängliche Hörnchen mit einem beherzten Zupacken von seinem Bein loslösen wollte, kam ihm der Boden plötzlich so rasant entgegen, dass er Mühe hatte, sich noch ausbalancieren und nicht fallen zu müssen. Was sich Gett leicht zunutze machen wollte, um ihn wieder an sein Bein zu springen, als könnte er ihn so fest und vor allem aufhalten und das andere Hörnchen, Torben, taxierte ihn zwar immer noch zögerlich, aber bereit zum Sprung. Oh, wagt es nicht. Allmählich verwandelte sich Krogis erster Schreck in Wut. Haut ab! zischte er und machte kaum, dass er sein Gleichgewicht wiedergefunden hatte. Einen drohenden Ausfallschritt auf die beiden zu, puchtelte dazu wild mit den Armen, um sie zu verscheuchen. Die waren doch sonst wegen allem um nichts die totalen Schisser. Ich komm nicht mit euch mit! Los, verschwindet! Mama! Mama, warum schreit der Mann die Eichhörnchen an? fragte plötzlich eine Kinderstimme und ließ Krogi erschrocken herumfahren. Nur um eine Frau mit einem kleinen Jungen an der Hand, vielleicht vier, fünf Jahre alt, mit einem ebenso kleinen Rucksack auf den Rücken und wilden dunklen Löchern, Löckchen, die überall unter seiner Spider-Man-Mütze hervorquollen, zu sehen, die stehen geblieben waren und ihn beide aus großen Augen ansahen. Einmal vor Bestürzung, einmal vor Skepsis. Skepsis. Das weiß ich auch nicht, mein Schatz, antwortete die Mutter langsam, ohne den Blick von Krogi abzuwenden, der immer noch wie eingefroren da stand in kampfbereiter Abwehrhaltung. Das sind doch nur Eichhörnchen, die tun doch nichts, rief sie ihm. Sicherlich in guter Absicht zu, tja, das hatte er bis eben auch geglaubt, aber weit gefehlt. Das hier waren nicht einfach nur Eichhörnchen. Das hat gerade gesprochen! Platzte Krogi ohne nachzudenken heraus. Das Eichhörnchen da! fügte er auf den verwirrten Blick der Frau hin und noch hinzu. Das hat gerade gesprochen! Und es wäre schön, wenn du auch zuhören würdest, Krogi. schnippte Gerd dazwischen, was Krogi nur umso hektischer und das besagte Tier, was Krogi nur umso hektischer auf das besagte Tier deuten ließ. Da! Schon wieder! Haben sie das nicht gehört? Nein, hatte es nicht. Hatte sie nicht. Er wusste es, ehe sie überhaupt geantwortet hatte. Sah es daran, wie sich binnen eines Wimpernschlags der Ausdruck auf dem Gesicht der Frau veränderte und wie sie die kleine Kinderhand fester umfasste. Komm, komm, Nikke, komm, Niklas, wir gehen! entschied sie mit hörbarem Unbehagen in der Stimme und zog den überrumpelten Niklas eilig hinter sich her und wer konnte es ihr verdenken? Bis vor wenigen Minuten hätte Krogi genauso das Weite gesucht, wenn jemand ihm im Park hätte weismachen wollen, dass eines der Eichhörnchen mit ihm sprach. Selbst ihm als Crazy Squirrel Gentleman oder wie auch immer man das Pendant zur verrückten Katzenlady nennen mochte, aber es war nun mal so. Nein, warten Sie bitte, rief er ihnen nach, wollte ihnen am liebsten der laufen, aber stolperte in der Eile fast über seine Füße. Sie sprechen wirklich und zwar gleich wieder. Sie kann uns nicht hören, warf Torben von der Seite ein, doch das war Krogi egal. Hören Sie doch, rief er der Mutter und Sohn hinterher, deutete präsentierend auf nun auch das zweite Eichhörnchen, das gerade jetzt just in diesem Moment wahrhaftig gesprochen hatte. Doch die Frau schien die piepsige Stimme wirklich nicht wahrzunehmen, warf nur einen schnellen Blick über die Schulter, ehe sie ihren Sohn mit noch zügigeren Schneritten hinter sich herzog. Der Kleine hat im Gegensatz zu seiner Mutter mit dieser Sache noch nicht abgeschlossen und verrenkte und verrenkte sich im Gehen und den Hals um Krogi mit dieser schamlosen Direktheit, wie sie nur Kinder besaßen, weiter beobachten zu können mit einer steilen Falte zwischen den Augenbrauen, die ihn aussehen ließ wie einen kleinen Professor, als es er nicht, was er von der Sache mit den sprechenden Eichhörnchen halten sollte. Und Krogi wusste es auch nicht, oder doch? Eigentlich wusste er es sogar ganz genau. Es war ihm nicht geheuer, schon alleine wegen des immensen Groll, den zumindest eins der beiden Tiere gegen ihn zu hegen schien. So können wir jetzt mal zur Sache kommen. Maulte Gerd wie auf Stichwort. Es gibt da immer noch ein Problem. Ja, das Problem ist, dass Tiere mit mir sprechen, sagte Krogi und wollte schon allein deshalb einfach nur noch weg von hier. Keine Ahnung, vielleicht doch der Frau und ihrem Sohn hinterher irgendwo hin, wo andere Menschen waren, die ihm helfen konnten. Doch ein orangener Fellball stellte sich ihm rasch in den Weg. Ey, 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 warte, warte. Beschwichtigend hob Torben seine Händchen in die Luft. Okay, Gerd war vielleicht ein bisschen forsch. Wir haben hier nicht direkt ein Problem, piepste er. Aber dein Bruder, der hatte letzte Nacht hier einiges an Unfrieden gestiftet. Und du musst das wieder in Ordnung bringen. Äh, warte, der Bruder, warte was, warte was. Zum ersten Mal war eines der Höcheln konkret geworden, was dieses ominöse Problem anging. Doch anstatt Krogis Verwirrung zu beseitigen, wurde diese dadurch nur noch größer. Mein Bruder? Ja, der hat eines unserer Nusslager kaputt gemacht, meinte Gerd, wieder als sei es das Selbstverständlichste der Welt. Der hat da wie wild drin rumgebuddelt. Das ist alles kaputt, ey. Krogi hingegen kam nicht ganz mit. Konnte sich keinen Reim darauf machen, warum Thomas allen Ernstes nach in den Park äh, schleichen und die Nussvorräte der Eichhörnchen ausgraben sollte. Vielleicht weil er dringend welche für die Bäckerei brauchte, für irgendein neues Rezept, für ein herbstliches Nussbrot? Überlegte er in seinem immer noch reichlich schwindeligen Kopf. Nun war es halt Januar, nicht Herbst. Und selbst wenn, verstieß das doch sicher gegen irgendwelche Hygieneauflagen, seine Zutaten einfach irgendwo im Park aufzulesen, zu allem Überfluss von wilden Tieren zusammengesammelt worden waren. Nein, nein, das konnte alles nicht sein. Aber was es sonst war, was genau hier vor sich ging, verstand Krogi trotzdem nicht. Und offenbar sah man ihm das auch an. Denn Gerd hüpfte kurzerhand auffordernd voran und winkte ihn hinter sich her. Ja komm, du komm, schaust dir an. Aus Reflex hätte Krogi auch schon fast einen Schritt hinterher gemacht. Doch etwas ließ ihn doch zögern. Sein gesunder Menschenverstand. Der genau wie die Mutter von Niklas, Nico, äh, wusste, dass Tiere nicht sprechen konnten und dem die Tatsache, dass es sie doch taten, ebenso wenig behagte. Der daher am liebsten auch einfach die Beine in die Hand nehmen und von hier verschwinden wollte, doch das hatten die beiden orange-roten Wusler ja zu verhindern gewusst und würden es sicher auch ein zweites Mal tun. So erpicht, wie die beiden darauf waren, dass Krogi nun mit ihnen kam. Verstohlen sah er sich um, peilte aus dem Augenwinkel, ob vielleicht irgendwo jemand in der Nähe war, ein Jogger, ein Hund-Gassigea-Gänger oder sogar jemand von der Parkaufsicht. Einfach irgendjemand, die ihm zu Hilfe kommen könnte. Doch da war niemand zu sehen, kein Wunder bei dem nass-kalt-grauen Januar-Wetter. Ha, was eine Ironie. War er vorher noch froh darüber gewesen, seinen Käseleiden möglichst unbeobachtet durchzuziehen zu können, verfluchte er die Einsamkeit des Parks jetzt. Verdammt, es war einfach niemand, niemand hier. Niemand außer den zwei Eichhörnchen, von denen das eine, das steif und fest behauptete Gerd zu heißen, ungeduldig mit dem Puschelschwanz schnippte. Worauf wartest du? Los, komm jetzt! Und angesichts von so viel Entschlossenheit, was hatte er schon für eine Wahl? Ein bisschen kam Krogi sich vor, wie in einer modernen, sehr freien Neufassung von Alice im Wunderland, als er seinen inneren Widerstand überging und sich tatsächlich in Bewegung setzte. Die beiden Hörnchen flitzten so gleich voraus und Krogi wankte ihnen hinterher, mit der unguten Vorahnung im Bauch vielleicht gerade einen riesigen Fehler zu begehen und immer noch einer gehörigen Portion Pudding in seinen Bein, ob noch von seinem Schwächeanfall oder vom Schock darüber, dass die Tiere des Parks mit ihm sprachen, konnte er nichts sagen. Vielleicht auch, vielleicht auch, weil seine Beine vom Liegen auf dem nackten Boden so kalt waren, dass er kaum Gefühl darin hatte. Seine Füße waren zwei Eisblöcke und um seine Hände war es nicht viel besser bestellt. Vom nassen Gras waren seine Handschuhe widerlich klamm geworden. Mit angeekeltem Gesicht schälte er sich aus den feuchten Teilen und hauchte sich im Laufen auf die Finger, schloss sie ein paar Mal zur Faust, doch sie wollten kaum wärmer werden, während er den Hörnchen folgte. Sich von ihnen, er konnte es selbst kaum fassen, tatsächlich durch den Park führen ließ, immer den kleinen orangenen Körpern nach, die in wellenartigen Hopsern vor ihm herliefen, um ihm den Weg zu zeigen. Was eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, denn sie lotsten ihn in Richtung des Futterplatzes, wie Krugi nach wenigen Minuten feststellte. Für gewöhnlich kam er zwar aus anderer Richtung von da links, aber nach all der Zeit, die er schon hier verbracht hatte, seit es ihn in die Hansestadt verschlagen hatte, kannte er den Park wie seine Westentasche und erst recht die Route zur Fütterungsstelle. Entsprechend lief er im Autopilot beinahe vorbei, als die beiden Hörnchen auf einmal, kurz vor dem vermeintlichen Ziel, ohne Vorwarnung, scharf nach rechts abbogen, runter vom Weg und geradewegs zwischen den Büschen verschwanden. Och nö, Krugi hielt mit Mühe eine Nervte schön zurück. Auch das noch. Abseits der Wege durchs Unterholz Krauchen war in seinem Zustand nicht gerade das, was ihm vorschwebte. Er hatte ja schon auf ebenem Untergrund und geradeaus seine Probleme. Und als wollte ihm das Universum ein Zeichen schicken, dass das wirklich keine gute Idee war, rutschte ihm beim ersten Schritt prompt der Fuß weg und er konnte sich gerade noch mit einem beherzten Zupacken am nächstbesten Strauch davor bewahren, zu Boden zu gehen und sich nach Gras nun auch noch quer in den Matsch zu legen, direkt zu dem durchnässten Dönerpapier, das offenbar der Grund für seine Rutschpartie gewesen war. Scheiß Idioten! Keuchte er wütend, weil illegal Müll in die Umwelt schmeißer einfach ein zu sperriger Begriff war, als dass man damit vernünftig Dampf ablassen konnte. Während er sich wieder aufrappelte, doch außer dem aufgedruckten Dönermann bekam seinen Fluch niemand mit und der hatte nur ein schlammiges, verknittertes Grenzen für ihn übrig, als wollte er fragen, na, wer ist hier der Idiot und läuft hier irgendwelchen Nagetieren nach ins Unterholz? Krogi? kam es prompt von einem der beiden besagten Tiere. Äh, alles gut? Und als er aufsah und in die Gesichter der zwei Hörnchen schaute, eines flammend orange, eines leicht grau und das nicht nur aufgrund des trüben Himmels, kam er sich wirklich vor wie ein Idiot. Kuschte er hier gerade ernsthaft vor zwei Eichhörnchen? Lies sich vor ihnen herumkommandieren, obwohl er ihnen kräftemäßig weit überlegen war, was wollte sie schon groß, was wollten sie schon groß tun, wenn er sich jetzt auf die Stelle umdrehte oder auf der Stelle umdrehte und beschloss, einfach nach Hause zu gehen. Wie wollten sie ihn aufhalten? Gar nicht mehr, wenn Krogi seine innere Hemmschwelle überwand und ihnen deutlich machte, dass sie sich das falsche Opfer ausgesucht hatten. Aber gleichzeitig konnte er nicht verleugnen, dass es ihn und es überraschte ihn selber irgendwie schon interessierte, was sie ihm da so dringend zeigen wollten und was sie das mit seinem Bruder auf sich hatte. Verdammt. Ja, komm schon. Meinte er mit einem Seufzen und klopfte sich mit steifem Finger ein paar Blätter von der Jacke. Das war nicht das Eichwünchen, das war Krogmann selber. Mann, 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 Torp hat cholerische Tendenzen, das gefällt mir. Bis auf den Schreck und dass sich seine Extremitäten nun gleich wieder eine Spur zittriger anfühlten, schien zum Glück alles gut gegangen zu sein. Das hätte ihm auch gerade noch gefehlt, dass er sich hier hinlegte und sich noch ernsthaft verletzte. Entsprechend achtete er umso aufmerksamer auf den Untergrund, als er sich weiter seinen Weg durchs Unterholz bahnte und auch auf die Ausläufer der Sträucher weiter oben. Bemühte sich, sie behutsam aber weit genug zur Seite zu biegen, dass er vorbeischlüpfen konnte, ohne dass sie ihre regennassen Zweige an seiner Kleidung abstriffen. Seine Jacke mochte zwar wasserabweisend sein, doch der unfreiwillige Powernap im Gras, es war ihm immer noch völlig unwirklich, dass er tatsächlich einfach so auf der Wiese gelegen hatte und nun auch noch der Ausflug in den Busch hatte seine Jeans an den Beinen spürbar durchweicht. Oje, hoffentlich würde er nicht krank, das passte ihm nämlich genauso wenig wie ein verstauchter Knöchel, so viel wie er momentan eigentlich an Arbeit zu tun und auch für seinen eigenen Twitch-Kanal geplant hatte. Doch weiter kam er mit dem Gedanken nicht, denn in dem Moment kam sie scheinbar an ihrem Ziel an oder zumindest zeigte Gerd mit einem Anklagenden auf einmal auf etwas wegen des vielen Herbstlaubs das unberührt zwischen den Bäumen verrottete erkannte Krogi zwar nicht sofort was er meinte doch auf den zweiten Blick sah er die Nüsse die rundherum auf dem Boden verteilt lagen ebenfalls alle durchnässt zerbrochen zerbröselt kurzum die totale Nuss-O-Kalypse kein Wunder kein Wunder dass die Hörnchen so sauer waren schau siehst du das hier das ist total die Nuss-O-Kalypse überliegende Nüsse rum was ist das hier für so eine Scheiße schau dir das an was für Sauerei weißt du wie viel Arbeit das war das alles ranzubringen Kerstin ist fertig mit den Nerven sie hat von dem ihr am meisten gesammelt gehabt und sie hat auch noch drei kleine durch zu bringen Rugi zuckte unwillkürlich zusammen als ein weiterer Name fiel den er einem der Hörnchen verpasst hatte auch mehr als Scherznam eigentlich doch er kam nicht dazu weiter drüber nachzudenken genauso wenig wie darauf hinzuweisen dass weder Gerd noch Torben noch eins der anderen Hörnchen an der Futterstelle jemals weil Gerd gerade erst richtig in Fahrt zu kommen schien das ist eine Katastrophe was sage ich ein Attentat da greifte er laut als weiter wir kommen hier doch nicht zum Spaß angehoppelt oder aus Langeweile um einen auf niedlich zu machen nur damit ihr was zu gucken habt wir sind auf unsere Vorräte angewiesen wenn wir den Winter überstehen wollen du musst deinem Bruder unbedingt sagen dass das so nicht geht sonst schickt er uns alle in den Tod abrupt sagt Krogi auf warte mal stopp warum sagte die ganze Zeit mein Bruder endlich war ihm klar was ihn an der Geschichte so störte er lebt gar nicht hier das kann das kann gar nicht gewesen sein Krogi spürte wie sein Herz einen aufgeregten Salto schlug das war es das muss es sein die Lösung was auch immer das Problem war beziehungsweise Thomas hatte damit gar nichts zu tun die Hörnchen mussten gar nicht auf ihn sauer sein es war der falsche die Argumentation prallte an gert jedoch vollkommen wirkungslos ab das Hörnchen wedelte bloß mit einem Pfötchen als wollte es eine lästige mücke verscheuchen ja oder dein dein Cousin oder wer auch immer einer von deinen Leuten halt von meinen Leuten die Falten auf Krogis Stirn wurden immer tiefer wer waren denn bitte seine Leute jemand von Rocket Beans oder was das alte Hörnchen zuckte jedoch nur die Schultern keine Ahnung wie er heißt wechselte einen Blick mit Torben welcher jedoch ebenfalls nur ratlos die kleinen Händchen hob es offensichtlich auch nicht wusste wie sah denn aus fragte Krogi in der Hoffnung dass sie so der Lösung näher kommen konnten während er parallel im Kopf schon die Liste von Leuten durchging die er mal mit hierher genommen hatte also im echten Leben und nicht als einer von ein paar hundert Zuschauern auf Twitch die war im Gegensatz nämlich überschaubar kurz damit sollte es sich doch vermeintlich gut eingrenzen lassen wen die beiden ja so wie so wie du halt gestikuliert vage an ihm auf und ab so mittelgroß und mittelbreit jetzt nicht besonders dick oder dünn und so mittel halt mit so einem Ding auf dem Kopf äh meine Mütze reflexartig fasste Krogi sich an die Cap auf die Gerts kleine Pfote zu zeigen schien so schüttelt den Kopf ne murrte er äh wieder mit einem Unterton als könnte er nicht begreifen dass er so schwer vom Begriff war und deutete umso energischer auf seinen Kopf an seinem Kopf vorbei geradewegs auf eine Kapuze so jetzt nickte Gert ja so ein Teil wie du auch immer anhast und Krogi begriff und Krogi begriff dass das Hörnchen seinen Hoodie meinen musste und Krogi begriff dass das Hörnchen seinen Hoodie meinen musste also nicht genau das aber so eins halt fügte Gert als hätte er seine Gedanken gelesen hinzu und machte die Hoffnung auf einen ersten konkret nützlichen Hinweis wie auf ein Eid Hoodie damit gleich wieder zunichte noch ehe sie in Krogis Kopf richtig hatte Gestalt annehmen können die Firma Geste schimpf schimpfte schimpfte das ältere Hörnchen ich dachte ihr kennt euch alle untereinander und wisst wer sich so von wann wo rumtreibt äh so wann wo rumtreibt du weißt du doch ihr langen halt ihr wisst doch alles voneinander hab ich gedacht Krogi runzelte die Stirn lange Menschen flüsterte Torben ihm von der Seite zu ah so so zugegeben er wusste nicht ob er ist süß oder irgendwie äh sarkastisch ne Entschuldigung zugegeben er wusste nicht ob er es süß oder irgendwie rassistisch finden sollte dass die Hörnchen so eine eigene Bezeichnung für Menschen hatten die langen doch vor allem war es nicht besonders aufschlussreich im Gegenteil fast schon amüsiert zog Krogi die Brauen hoch also du meinst ich kenne alle langen persönlich oder was fragte er Gerd dessen Antwort ein langgezogenes ja so sehr vor Unverständnis triefte so als wisse er nicht was er daran bitteschön hinterfragen galt dass sie selbst schon wie eine Frage klang angesichts von so viel Überzeugung und überhörten Erwartungen konnte Krogi nicht anders als lachen kennst du etwa alle Eichhörnchen im Park aber mit der Gegenfrage setzte er sich in die Nesseln selbstredend erwiderte Gerd nämlich ohne mit der Wimper zu zucken Es sind maßgeblich sieben große Familien hier da wären die Puschelohren die Torben hier die Rotpelze die Braunpelze wobei die eher Flohpelze heißen sollten wenn du mich fragst so zählte alle Hörnchen Familien auf dann die Nagelmeiers die Nussmanns die Langkallen und nicht zuletzt natürlich meine geschätzte Familie die von den Eichenblatts sowie ein paar einzelne zugelaufene Vagabunden fügte er noch hinzu eher ein wenig aus Atem aber mit unübersehbarem Stolz die kleine Nase in die Luft reckte und Krogi mit triumphierend zuckendem Schnurhaaren ansah als wolle er ihn herausfordern Na kannst du das auch? Oh aber absolut nicht und das war genau das Problem Naja die Menschenstadt ist aber ein bisschen größer als der Park versuchte Krogi zu erklären ganz vorsichtig um das offenbar leicht je zornige Eichhörnte nicht gleich wieder aufzuregen Und es gibt viel 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 mehr Familien als von euch Eichhörnchen Er schüttelte den Kopf Keine Chance dass man da jeden kennt Er kannte ja nicht mal alle die regelmäßig zum Eichhörnchen füttern kamen Zwar war es war er oft genug allein wenn er hier ankam was gut für den Stream war so kam er sich dann nicht ganz so seltsam vor wenn er im Unterholz hockend vermeintlich mit sich selbst redete auch nach einigen Monaten IRL Streams hatte er das unterschwellige Schamgefühl noch nicht ganz abgelegt wenn Passanten die Köpfe nach ihm umdrehten doch gemessen daran wie gut gefühlt die Vogelhäuschen und Futterringe stets waren war der Platz trotzdem eine tägliche Anlaufstelle für mehr Leute als man glauben mochte Gerd ließ jedoch nicht locker aber er hatte doch dieses Ding an versuchte er es noch einmal und deutete wieder auf Krugis Hoodie nun vehementer und diesem ging allmählich ein Licht auf ja aber das hat nichts mit mir zu tun wandte er ein das ist nicht wie bei wie bei den rot und braun Pelzen das ist nicht mit uns verwachsen oder irgendwie ein Familiending oder so das kann jeder tragen wann immer er will oder auch nicht dafür müssen wir nicht verwandt sein kaum das er ausgesprochen hatte schien auf einmal alle Energie aus Gerd zu weichen stattdessen lag je eine tiefe Enttäuschung auf dem Gesicht des kleinen Hörnchens und seine eben noch zu allem entschlossenen gestraften Schultern waren kraftlos nach vorne gesagt also 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 du hast keine Ahnung wer das gewesen ist Krogi hob beinahe entschuldigend die Achseln weiß ich nicht gab er ehrlich zu solange ihr mir keine genaue Beschreibung geben könnt als genauere Beschreibung geben könnt als Mittelgroß und Hoodie konnten sie halt leider nicht das Schweigen das auf seine Frage folgte und der betretene Blickaustausch zwischen den beiden Tieren war Antwort genug und er ist auch gar nicht beim Drunnen hakte Gerd stattdessen nochmal nach worauf wenn Krogi wieder den Kopf schütteln musste wohl er nicht was nur der Wahrheit entsprach und nach nichts anderem hatte das Hörnchen gefragt dennoch tat es Krogi leid zu sehen was er damit anrichtete auch Torben sah je richtig geknickt aus so als hätten sie vorher all ihre Hoffnung in ihn gesteckt und dass er sich und dass er sicher wusste wer von seinem bekaputzten Brüdern wo wann herumlief und Unfunk trieb ein Anblick der in Krogi irrationalerweise das starke Bedürfnis weckte etwas wieder gut zu machen aber vielleicht gibt's ja irgendwas fügte er daher schnell hinzu irgendwas das uns weiterhilft den oder die Schuldige ausfindig zu machen während er bereits den Blick schweifen ließ in der Hoffnung dass ihm etwas an der Verwüstung vielleicht einen Hinweis auf den Verursacher geben konnte doch da war natürlich nichts zu sehen nur Bäume die Rinde vom Regen noch ganz dunkel die zertreteten Überreste des einstigen Nusslagers Unmengen von Laub und Moment was war das denn automatisch ging er in die Hocke um sich genauer anzusehen was gerade seine Aufmerksamkeit erregt hatte da blitzte ein winziges Stück Blau zwischen den Blättern hervor ein Stück Stoff in der wilden Collage aus vermutlich allen Nuancen an Braun die es überhaupt gab war es kaum zu erkennen gewesen doch jetzt wo Krogis Blick daran hängen geblieben war war es praktisch unübersehbar genau wie die feinen Furchen in der Erde die sich rundherum zogen Krogis Herz machte einen Sprung hier wurde gegraben flüsterte er hier wurde gegraben flüsterte er mehr zu sich selbst als eigentlich zu den Hörnchen doch die harten die hatten es mit ihren feinen Ohren natürlich trotzdem verstanden ey bist du dumm oder so ja klar haben wir doch gesagt auch ohne hinzusehen konnte er Gerds Augenrollen praktisch hören er hat hier halt alles durchwühlt das ist nur geil wie zur Verdeutlichung deutete das Hörnchen abermals anklagend auf die zertrümmerte Nussreste doch Krogi schüttelte den Kopf nein das meine ich nicht hier wurde etwas eingegraben glaube ich mummelte er während er bereits vorsichtig begann die Blätter und die aufgehäufte Erde rund um den Stoffzipfel zur Seite zu schieben um ihn freizulegen und da gab es tatsächlich etwas freizulegen die Krogi merkte als mehr und mehr Stoff zum Vorschein kam keine Frage das hier war nicht bloß irgendein verlorener Fetzen kein fliegen kein fliegen gegangener Müll wie das Dönerpapier von gerade sondern etwas was ganz bewusst hier versteckt wurde aber was wie aufs Stichwort stießen seine Finger am nächsten Moment auf etwas Festes und ließen ihn überrascht innehalten ehe er noch berutsamer damit fortfuhr das Ding auszugraben was auch immer es war Erdklumpen rieselten zu Boden und eine einsame Assel suchte schnell das Weite als Krogi es schließlich greifen und aus dem Loch im Boden herausnehmen konnte vorsichtig klopfte er den Dreck von dem Tuch besah sich das Bündel von allen Seiten denn genau das war es ein Bündel irgendwas Hartes war in den Stoff eingeschlagen worden stellte er fest als er seinen Fund vorsichtig betastete was ist das hört der Torben ehrfürchtig neben sich flüstern der eindeutige Stück näher herangekrabbelt gekommen war aber trotzdem auf Hab 8 blieb und einen Sicherheitsabstand einhielt zu dem Bündel das Krogi der gerade aus der Erde geholt hatte ein Gefühl das dieser gut nachvollziehen konnte ohne den Blick von dem Stoffballen zu nehmen schüttelte er den Kopf ich weiß es nicht und ebenso wenig war er sich sicher ob er überhaupt wissen wollte was sich darin verbarg für einen kurzen Moment war da dieser starke Impuls in ihm das Bündel einfach wieder zurückzulegen was wenn da keine Ahnung einfach Sprengstoff oder sowas drin war oder Drogen oder ein Giftköder von irgendwelchen durchgeknallten Hundehassern oder von der Parkaufsicht wegen den Ratten okay auf den zweiten Gedanken war das schon eher unwahrscheinlich Giftköder wurden schließlich nicht verbuddelt sondern auch irgendwo ausgelegt damit sie eben auch gefunden und gefressen wurden und im Fall von Rattengift wurde seitens der Stadt sogar mit schildern und in der Zeitung explizit davor gewarnt wenn sie eine neue Offensive starteten also vermutlich eher kein Gift doch die beiden anderen Optionen Sprengstoff und Drogen konnte Krugy nicht so einfach entkräften und ganz ehrlich keine von beiden gefiel ihm die Stimme der Vernunft in seinem Hinterkopf appellierte eindringlich an seinen gesunden Menschenverstand und dass er das Ding bitte schleunigst wieder zurücklegen und dann die Polizei oder die Feuerwehr oder wen auch immer rufen sollte irgendjemanden der für sowas zuständig war halt doch die Neugier auf der anderen Seite war wie so oft stärker mochte es auch naiv sein da er wie wohl die meisten Menschen weder irgendwelche Drogenpäckchen noch Sprengstoff in anderer Form als Silvesterraketen je in der eigenen Hand gehabt hatte doch irgendwie fühlte sich das Bündel nicht so an wie er sich beide Optionen vorgestellt hätte sondern fester viel viel fester massiv schoss es ihm durch den Kopf was auch immer es war es war massiv ein vielleicht faustgroßer Ball der gleichzeitig aber nicht schwer war und ehe er sich versah war Krugi bereits dabei ganz ganz vorsichtig so gut das mit kaum noch Gefühl in den steifen Fingern eben ging den Stofflappen aufzufalten sagte sich er wollte nur kurz einen Blick hineinwerfen immerhin müsste er ja auch grob wissen womit er es zu hier zu tun hatte bevor er die Einsatzkräfte alarmierte wickelte deshalb die letzte Lage Stoff weg und erst war er verdutzt dann musste er lachen sehr zur Verwirrung der Hörnchen was ist was ist was ist was ist fragte Gerd so gleich scharf der das ganze zweifellos gar nicht zum lachen fand doch Krogi konnte nicht anders das ist eine Kinderschatzsuche Mann erklärte er dem Hörnchen fast schon mit Tränen in den Augen und hielt ihm den gläsernen Stein hin den er da in der Hand hatte groß wie ein Tennisball war er und sattrot und funkete selbst im wenigen Licht dieses trüben Tages so schön dass man meinen konnte er stammte direkt aus einem aus einer Illustration aus einem Märchenbuch wahrscheinlich ist es das eine Teil eines keine Ahnung eines Piratenschatzes oder so sinnierte Krogi während er den Stein fassungslos in den Fingern drehte von wegen Sprengstoff oder Drogen das hier war nichts als der Preis einer Schnitzeljagd oder ein verdammt lausig angelegtes Geocache und zwar ziemlich lausig denn weder war der Stein besonders gut versteckt gewesen noch witterungsfest verpackt und das Logbuch fehlte auch nun waren es die Hörnchen die ihm nicht so recht folgen konnten und ihm verständnislos anblickten äh Geo Geocache quasi eine Dauerschatzsuche für Große erklärte Krogi schnell doch während Torben ein leises aah ähm ein leises aah verlauten ließ sah Gerd ihn nur kritisch an Dauerschatzsuche Bra Dauerschatzsuche heißt das da kommen jetzt öfter eine da kommen jetzt öfter diese langen oder was seine Begeisterung war nicht äh zu überhören Krogi zuckte die Schultern naja einmal mindestens noch zum Ausgraben worauf Gerd mit den Augen rollte und ein schweres Seufzen ausstieß ach na super super noch mehr lange murmelte er äh vor sich hin erntete dafür aber nur einen vielsagenden Blick seitens des einen langen dessen Anwesenheit er offenbar erfolgreich verdrängt hatte als ob ihr damit so ein Problem hättet darüber freut ihr euch doch immer wenn einer kommt und habt euch daran gewöhnt an mich doch auch erinnerte Krogi ihn denn ja auch wenn die Leute auf Instagram oft fragten wie er es denn machte dass die Hörnchen so zutraulich waren und kaum scheu vor ihm zeigten die unspektakuläre ehrliche Antwort war Geduld auch bei ihm war auch bei ihm hat es eine ganze Weile gedauert bis die Tiere sich an ihn gewöhnt und sich die Nüsse nicht mehr nur bestensfalls vor vom ausgestreckten Arm geangelt hatten sondern auch auf seine Schultern oder auf seinem Bein hochgeklettert kamen und jetzt sprechen sie sogar mit mir durchfuhr es ihn doch er schob die Gedanken schnell beiseite nicht darüber nachdenken bloß nicht Gerd sah allerdings immer noch wenig überzeugt aus ja wenn ihr kommt da habt ihr aber wenigstens Nüsse dabei und macht keine kaputt murrte er während sein Blick wieder zu dem Trümmerfeld von Nusslager hierüber glitt und obwohl seine Stimme nach außen so hart und ärgerlich klang glaubte Krogi in seinen Augen zu sehen wie entsetzt er in Wahrheit über das Ausmaß der Zerstörung war und auch Torben hockte auf einmal wie ein Häufchen Elend die kleinen Händchen ineinander gehakt als brauchte er irgendwas zum Festhalten während er das Desaster sicher nicht zum ersten Mal seit letzter Nacht auf sich wirken ließ der Anblick erweichte etwas in Krogi wer auch immer er das war hat das bestimmt nicht mit Absicht gemacht versuchte er automatisch die beiden zu trösten er wusste nicht mal wirklich warum er den unbekannten Ruhestörern Schutz nahm vermutlich weil sich weil sie als lange zusammenhalten sollten der wollte bestimmt nur einen Schatz verstecken und hat nicht daran gedacht dass hier vielleicht jemand sein wie hatten sie es genannt seine Vorratskammer hat Gerd schnaubte weil es ja auch so verwunderlich ist dass hier im Park Tiere leben Krogi hob entschuldigend die Achseln vielleicht wusste er das wirklich nicht er deutete in Richtung des ehemaligen Nusslagers ich wusste auch nicht dass ihr euch zusammentut um eure Wintervorräte zu sammeln ich dachte ihr verbuddelt alles einzeln und vergesst die Hälfte wieder so entstehen noch Wälder klingelte lange nicht abgerufenes Wissen aus der Grundschule in seinem Gedächtnis an doch genau das war wohl der Punkt ist praktischer so meinte Gerd das mit dem Kurzzeitgedächtnis ist ja so eine Sache bei uns und wo es eh mit jedem Jahr weniger zu holen gibt in eurem er gestikulierte ungehalten in die Botanik fein aufgeräumten Parks und Gärten da sind wir auf jeden Nuss angewiesen die wir kriegen können wir können es uns nicht mehr leisten unsere Vorräte zu vergessen sein sein Kekern hat jetzt eindeutig etwas Vorwurfsvolles an sich es mag euch lange nicht bewusst sein aber wir Tiere müssen auch mit der Zeit gehen wenn wir durch den Winter kommen wollen Touché dachte Krogi darüber hat er so noch gar nicht nachgedacht aber es stimmte der Stadtpark selber war doch das beste Beispiel vorhin auf dem Weg zu seiner Käsebank war er an den ersten Haufen von altem Laub und Astschnitten vorbeigekommen die Parkgärtner hatten trotz der sehr winterlichen Temperaturen offenbar bereits mit dem Frühjahrsputz begonnen was unabdingbar war damit der Park weiterhin ansehnlich und benutzbar blieb aber für die tierischen Bewohner von denen es sicher mehr gab als man meinen mochte bedeutete die Grünpflege in vielerlei Hinsicht Stress von unabsichtlichen Erschrecken und Aufscheuchen bis hin zu wegfallenden Futterquellen und abgeräumten Verstecken ganz schön gemein ja und obwohl nichts davon direkt seine Schuld war wohl eher andersherum wurde ein Schuh draus so oft wie wurde ein Schuh draus so oft wie er als generöser Nuss-Dealer ihres Vertrauens herkam das ist ein schöner Satz also normal Nase putzen und obwohl auch erklärt dass so viele hier zum Füttern kamen dass er unmöglich alle kennen konnte aber dennoch wusste er sicherlich bei weitem nicht jeder einzelne Einwohner in Hamburg jeden einzelnen Einwohner in Hamburg von der äh 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 ah ok von der Fütterungsstelle wahrscheinlich nicht mal alle die regelmäßig zum Joggen lesen oder spazieren in den Park kamen und bei einer Stadt in die es jedes Jahr so viele neue Menschen verschlug konnte es doch gut sein dass wirklich jemand keine Ahnung gehabt hatte noch nicht aber was nicht war konnte ja noch werden oder zeigt euch doch einfach mal zeigt euch doch einfach mal schluck krogi vor wenn der Ausgrabetrupp kommt den habt ihr doch in nullkommanichts um den Finger äh die Kralle gewickelt dass er euch ab sofort immer was leckeres mitbringt was als gut gemeinter Aufmunterungsversuch gedacht gewesen war traf bei Gerd jedoch völlig den falschen Nerv äh macht's wir sollen mitten in der Nacht aufstehen und einen auf niedlich machen piepste das Hörnchen empört und sah ihn an als hätte er vorgeschlagen sie sollten dem nächtlichen Besucher ihre Nüsse schenken statt andersrum oder sich gleich als Pelzkragen für diesen äh für dessen Winterjacke anbieten ok krogi musste zugeben so laut ausgesprochen klang dieser Vorschlag schon etwas dämlich die Eichhörnchen waren immerhin eindeutig tagaktiv und auch wenn er selber chronotyp Nachteule war was ihm jeden Mittwochabend zugute kam sich mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißen lassen und dann nach Ad-Hoc Entertainment liefern sollte darauf hätte er wahrscheinlich auch wenig Lust etwas hilflos wie er sich jetzt noch aus der Situation manövrieren sollte ohne bei dem älteren Hörnchen endgültig unten durch zu sein zog er mit den Schultern es gibt immerhin Nüsse versuchte er es vorsichtig und vielleicht kommt er oder sie das nächste Mal tagsüber Gerds Braun wanderten noch eine Spur enger zusammen und das Tier sah ihn prüfend an ehe es den Kopf schüttelte du bist wirklich komisch meinte er ohne den Blick abzuwenden Menschen sind komisch da konnte Krugy ihm nicht mal widersprechen nur müde lachen sagst du was er selbst war ja in diesem Moment der beste Weiß hockte hier mitten im Unterholz und unterhielt sich mit Nagetieren doch immerhin konnte er das was ein Mitmensch versehentlich verbockt hatte wieder gerade biegen oder es zumindest versuchen kurzer Hand legte er den Piratenschatz neben sich und nahm stattdessen seinen Rucksack nach vorne zog dort den großen Reißverschluss auf und nahm einen wohlbekannten knisterten Gefrierbeutel heraus seine Finger waren mittlerweile steif vor Kälte dennoch bemühte sich Krugy um die versöhnliche Miene persönlichste Miene zu der er gerade fähig war als er einige Haselnüsse aus der Tüte heraus friemelte und sie gärt hinhielt Frieden? Es war schwer abzuschätzen wie viele Nüsse und Eicheln und was auch immer sie alles zusammengetragen hatten aus dem Versteck hier zu Bruch gegangen waren vermutlich weit mehr als diese Handvoll doch Krugy hoffte dennoch das Hörnchen mit der Geste vielleicht milde stimmen zu können das war es doch was zählte oder der gute Wille tatsächlich schien Gerd beim Anblick der mitgebrachten Köstlichkeiten den Ärger der letzten Nacht kurzzeitig schon vergessen zu haben sein Gesichtsausdruck wechselte wie auf Knopfdruck von empört zu interessiert ha Nüsse Nüsse zogen eben immer dachte Krugy und kam Gerd mit der Hand noch ein Stück entgegen nickte ihm wohlwollend zu als das Hörnchen bereits zugreifen wollte doch dann kräuselte sich seine Nase jäh jäh so heftig dass die kleinen Schnurhaare daran erzitterten uäh wonach riechen die denn uäh wonach riechen die denn ey überrumpelt Krogi überrumpelt Krogi zog die Hand zurück um selber an den Nüssen zu schnuppern sie hat ja doch erst letztens gekauft waren die etwa nicht mehr gut oder was nun ja wie man es nahm Krogi seufze sie rochen nach Käse so wie alles an ihm das ist aber nur herrlich natürlich lange Geschichte murmelte er und hielt dem Hörnchen die Hand erneut hin kannst du aber nehmen da ist nichts dran Gerds Mine blieb skeptisch aber überwand seine Vorbehalte dann doch und nahm sich eine Nuss aus Krogis Hand zögerlich allerdings als wäre es eine winzige Granate die bei der kleinsten Erschütterung hochgehen würde und ebenso misstrauisch schob er sie sich zwischen die Zähne bevor er abhoppelte wohl um sie in ein neues Versteck zu bringen nicht ohne Genugtuung sah Krogi ihm nach wie gesagt eine Nuss war eine Nuss und ein Eichhörnchen im Winter gewiss kein Kostverächter das hatte Gerd ihm ja so eben noch ausführlich erklärt wenn sie den Winter überleben wollten mussten sie futtern und waren auf jede einzelne Nuss angewiesen das schien jedoch eher bildlich gesprochen gewesen zu sein zumindest kam der Hörnchenmann nicht zurück um sich einen Arschlag zu holen und auch keins der anderen Tiere wagte sich heute so recht näher nicht mal Torben der war wie Krogi erst jetzt bemerkte ebenfalls bereits irgendwo im Dickicht verschwunden ganz ohne Käsenuss geblieben waren nur ein paar Meisen die durch die Gebüsche hüpften und den langen in ihrer Mitte genau beobachteten aber mehr auch nicht sie zogen zumindest heute ohne Zweifel die Kerne und Körner in den Futterhäuschen vor also gut mit einem weiteren Seufzen warf Krogi die verschmähten Köstlichkeiten ins Unterholz vielleicht mochte sich noch jemand später daran bedienen wenn der Käsegeruch verflogen war oder auch nicht auch das sollte ihm eine Lehre sein zum Thema Scheibletten mit einer schwungvollen Bewegung drehte er den Beutel zu und stopfte ihn zurück in seinen Rucksack dann wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Grund zu warum er überhaupt hier war der immer noch neben ihm still vor sich hin fungelte und zwischen all dem verrotteten Laub seltsam schön aussah unwillkürlich hob Krogi den Stein nochmal auf und drehte ihn in der Hand besah ihn von allen Seiten Glassteine bekam man auf jeder Kirmes hinterher geworfen oder für ein paar Euro gleich im Dutzend im Internet aber der hier sah so schön schon ziemlich cool aus selbst an einem wolkenverhangenen Vormittag wie heute brach sich das Licht darin auf so vielfältige Weise dass der ganze Stein geradezu selbst wie eine rote Sonne zu strahlen schien der Anblick hatte etwas mystisches und erinnerte Krogi direkt an diverse Games die er gespielt hatte und in die so ein Item atmosphärisch perfekt hineingepasst hatte sodass er für einen Augenblick ernsthaft überwog ob er ihn nicht mitnehmen und behalten sollte Glück des Finders und so nicht dass er jemals der Typ gewesen war der besonders viel für Klunker übrig hatte doch dieser hier sah eben schon ziemlich fancy aus aber aber was wenn dieses Juwel tatsächlich ein Teil einer Schatzsuche war und in wenigen Stunden eine Gruppe enttäuschter 16-Jähriger um ein leeres Versteck herumstehen würde ohne diesen wichtigen Teil des Piratenschatzes darin den sie wieder zusammensetzen mussten wobei wunderte Krogi sich unweigerlich welcher Vater würde eine Schnitzeljagd mitten in der Nacht vorbereiten doch die Antwort darauf konnte er sich auch gleich weil er Schicht arbeitete und gerade vorher aus dem Nachtdienst gekommen war nicht jeder war mit so flexiblen Arbeitszeiten gesegnet wie er selbst die Vorstellung diese Mühen zunichte zu machen ließ ihn schlucken nein so sehr ihm sein Fund auch selber gefiel auf keinen Fall wollte er einen Kindergeburtstag zerstören oder überhaupt jemanden traurig machen auch nicht den am schlechtesten vorbereiteten Geocasher Hamburgs der vielleicht alle Nase lang vorbeikommen würde um zu schauen ob jemand seinen Schatz schon ausgegraben und sich ihm nicht und sich im nicht vorhandenen Lock eingetragen hätte mit einem Seufzen gab Krogi sich seinem schlechten Gewissen geschlagen und wickelte den Stein vorsichtig wieder in das Tuch ein legte ihn zurück in die Grube und schaufelte diese sorgsam wieder zu es war besser so wie er sich selbst vor Augen hielt während er die Erde schön fest klopfte und anschließend wieder mit Laub bedeckte damit das versteckt nicht so offensichtlich war und man nicht sehen konnte dass es in der Zwischenzeit schon mal geöffnet worden war als er fertig war sah er nochmal in die Bäume doch die Hörnchen waren verschwunden ein Sechsjähriger kein Sechzehnjähriger okay haben wir geklärt doch die Hörnchen waren verschwunden das war Kapitel zwei meine Damen und Herren das war meine erste Lesung aus dem Buch Aushilfskommissar Krogi wir sind auf Seite 76 von insgesamt 575 Seiten wir haben jetzt zwei Stunden durchgezogen zwei Stunden Lesung ich finde es mega krass macht echt Bock für mich selber das zu lesen ich hoffe es kommt einigermaßen rüber wenn ihr wenn ihr zuhört ich weiß nicht genau ich habe jetzt nicht die beste Erzählstimme eine Tätigkeit die ich so noch nie gemacht habe in meinem ganzen Leben deswegen ist auch ein geiles Learning aber ich finde Herz Prinzess du hast sehr sehr schön und du schreibst sehr sehr schön sehr schöne verschachtelte Sätze die im Kopf auf jeden Fall wirken müssen ist auf jeden Fall Hammer lade ich auf YouTube hoch kommentiert gerne liked gerne und kommentiert und lasst mich gerne wissen ob es euch gefällt teilt mir auch gerne jetzt schon mal hier rüber im Chat wie es so ist ob ich das weitermachen soll ich finde das Buch auf jeden Fall killer und ich glaube wenn man immer so zwei Stunden Blöcke liest wir sind jetzt auf Seite 76 dann müsstest du doch irgendwie so in ja keine Ahnung 5, 6 Sessions müsste man es ja eigentlich schaffen na mehr 10 10 Sessions müsste man schaffen glaube ich also passt kommentieren liken ich drücke auf Aufnahmen aus geil peace out